so jetzt aber da jetzt sieht man wenigstens mal was hoffe ich doch mal dass man was sieht und renvor 6 im hintergrund das hauptmenü so verhoff ich gerade zumindest dass so viel wenigstens geht weil ssl geht jetzt auch hier mal ganz kurz ich habe es probiert habe powerland neu gestartet alles gemacht und so aber das spiel geht nicht deswegen hätte ich gesagt wir machen mal so 20 minuten was anderes weil wenn die nur die server kurz patchen oder neu aufsetzen oder was weiß ich was die machen dann müsste das eigentlich reichen im titel steht ja dass ssl funktioniert ich jetzt einfach gesagt wir machen leider kam ja gestern gestern kam mir rein was folge ich hoffe lust dass es mit der ping halbwegs funktioniert weil ich schon wieder extrem hoch so kann ich gerade nichts im spiel machen easy game jetzt geht was im spiel mal kurz gucken was meine challenge ist gut die machen wir heute mal nett die da sind schon auch scheiße im falschen modus drin alle die schon da sind guten abend frage ich weiter moment ist können wir trotzdem schaffen das können wir trotzdem schaffen weil an alle die reinbar sich nicht kennen erst mal kurz überlegen wo ich hingehe ganz unten ist aber auch nicht gut deswegen ist auch kein meeting hall mit doc ich weiß nicht wie es im stream ist ne goal for the friends net da gibt ich habe mir keine sähne aus also ich kann die sähne zwar einstellen wurde ja mal gesagt ob ich nicht golf mal spielen könnte aber da kann ich die sähne nicht einstellen also ich kann sich schon einstellen aber überdreckt sie nicht richtig warum weiß ich nicht rainbow six kommen dann wahrscheinlich mal anfragen bei manse und so aber runde mit noch allein ist das doch recht blöd wir spielen auf jeden fall erst mal hier reinbau 6 t-hunt protect hostage oregon und geben von uns als bestes weiß doch genau dass die von da kommen ping habe ich nicht na gut ping ist ja offline modus quasi ping kann ich gar nicht so haben alles klar kommt safe call noch einer oder auch nicht ich weiß jetzt ein bisschen blöd weil ihr wollt an der ssl na komm ich will es auch ehrlich gesagt weil ich habe nämlich auch noch etwas vor woher kommt kommt die her haben wir die die hostisch gefunden oh oh gott 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 Nichts werden die nicht angezeigt auf Twitch. Müsste ja gar nicht probieren da links zu posten. Nur so als Info. Alle die schon mal da sind, hallo. Also SSL kommt da auf jeden Fall. Dann auch. Oder wenn es später kommt. Weil ich hab nämlich 3-4 Waffen die kurz vor dem Abkreuz stehen. Die möchte ich gern eigentlich heute machen. Die Moons upgraden. Die Asteroiden upgraden auf 2 oder 3 Stufe. Das weiß ich grad gar nicht so genau. Und Firestorm wie ich es ja eigentlich schon mal beschrieben hab. Eigentlich. Bis SSL nicht ging. Ich hab ja... Das liegt wirklich an die Server nicht an mir. Wir wissen schon ja doch nicht so geil. Achso, die Map schon aber. Der Raum. Kommt ruhig alle durchs gleiche Loch. Na komm komm komm. Ach Gott. Das war gut. Kommen sie da auch schon mal da durch? Vielleicht hätte ich mir als Schild mitnehmen sollen oder... Impact. Ne Impact hab ich ja gar nicht. Wir wissen ja bloß. Hat er bewirkt zum Beispiel. Seit gestern. Ach Gott. So wird einem die Runde halt auch geschenkt. Wie viel, wie, wie wenig Headshots da reingehen. Ist das der Wahnsinn? Der war jetzt nicht drauf aber... Vielleicht braucht man Reinforcements. Äh, was geht nicht alles ab? Ne neun Leute. Oh, das liegt aber schon hart, ne? Oder liegt das an mir? Mal kurz noch mal gucken. Muss ich gleich mal raustappen. Muss ich jetzt mal kurz machen. Ich hatte nämlich gestern das Problem, ich kann ja rein bei 6 mit der neuen GPU. Hab da gesehen, heute kommendes Video. Auch auf Ultra spielen. Problem... War dabei, dass die CPU mal hat auf 100% Eigentlich will sie mehr. Geht, aber es geht halt nicht. Grund dafür war... V-Sync. Muss tatsächlich V-Sync anmachen. Dass die CPU nicht so zerlegt wird. Zehn Leute. Das wird lustig. Kann man mal ein Gestacheldraht legen. Oh oh. Was denn, Windshot? Wo liegt der denn? Oh Gott, bin ich blöd. Alter, komm ey! Oh, ECB-Wurstlastung. Ja, da sind wir nämlich schon wieder beim Thema. Ich muss den Modus auch mal umstellen. Das war jetzt echt der Zucker. Ich habe nicht mal den Shit noch gelesen. Ausrede und so, aber... WTF? Na, wenn er mal... Wenn einer schreibt, oder schreiben könnte, dass SSL wieder geht, schwimmen wir sofort SSL. So ist es nicht. Was soll ich wissen? Um 17, 18 Uhr, wann immer ich das Video veröffentlicht habe, dass wir jetzt streamen, dass SSL nicht geht. Das wusste ich ja nicht. Und dann an Stress zu schieben, das nach 20 Uhr ist, macht die Sache auch nicht besser. Hä? Also wenn das an einer schreibt, dass es geht, dann wechsle ich sofort. Dann mache ich vielleicht die Runde noch fertig, aber dann wechsle ich sofort. Vielleicht, dass wir jetzt eh bloß RSS spülen und die Teehahn zurecht langweilig sind. Ich habe noch kein Online-Game probiert, wegen Ping und so. In SSL geht es, aber ob es da geht, weiß ich nicht. Guck mal, ich habe mich unterhalten in der Zeit. Weil... Zwischendurch gibt es in den Teehahn auch mal Situationen, wo ich mir denke, WTF? Aber eigentlich wollte ich wirklich Golf spielen. Aber es geht nicht. Gut, eigentlich wollte ich SSL spielen. Aber das geht auch nicht. Aber was willst du machen? Wenn die Server-Strike kennen. Ich nehme schon erstmal ein bisschen Teehahn zu und ein bisschen zu leveln. Geil. Sehr gute Nitro-Zelle. Ich setze down. Oh, ich habe bald wieder irgendwo... Ah, das habe ich gehört, jawoll. Oh Gott. Ich habe gerade einen Jet geschaut. WTF? Ähm, wenn ich SSL spiele? Na ja, wenn es funktioniert. Ich mache ja eigentlich alle... Zwei Tage SSL kommt ja auf jeden Fall immer Video. Soviel kann ich euch safe sagen. Es ist alle zwei Tage. Auf jeden Fall SSL kommt 17 Uhr. Gut, letzte Woche war es eine Ausnahme, weil dadurch kann andere Video... WTF? Dadurch kann anderen Videos... ... 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 das sind von folgen wenn der folge 20 minuten geht 3, 4, 5, 6, 8 folgen hab ich schon gesehen den dude also mach ich euch 8 folgen oh god 8 folgen in einer folge quasi also wenn ihr schreiben könnt wenn SSL wieder geht dann wäre das recht geil dann fangen wir sofort beim SSL an weil ein stream beinhaltet quasi 8 normale SSL folgen wer durch jetzt nix geschnitten ist also könnt ihr sagen 5 mit schneiden und Lobby und dem ganzen Zeug da hab da genug Staffwaren an streamen ach komm du Wichser da ist noch einer wo war jetzt der andere der auf mich geschossen hat Tor ein Wichser ja fragte mich nicht warum die Server down sind bei mir steht Ramping aus Servers also halt fixen, bearbeiten, hotfix was weiß ich was da reinkommt weil nach dem neuen hätte er Messer sein müssen weil nach dem neuen Update was kam mit der Kamikaze und so waren die Server komplett im Arsch haben viele auch geschrieben dass ich sau auf Disconnect hab gut bei mir ist das jetzt nicht was Neues wenn ich einen Disconnect hab aber wenn sogar das andere Leute schreiben dass ich sau auf Disconnect hab einfach nicht so wie gesagt ich kann dann nix dafür aber da ich geschrieben hab 20 Uhr fang mal anfangen gut das war im Endeffekt schwer weil ich dachte das liegt da mal im Internet aber Steam und normal Google ging ja so auch aber ich hab's trotzdem mal probiert aber es ging nicht in dem Fall machen wir jetzt aber Teans bei Rainbow Six ich weiß dass ich mir zwei Ash geschossen und dann können wir auch mal gerne Elch benutzen Reaching run das was haben wir überhaupt zerstört Leckt der Stream eigentlich? Na geil Kannst du mir mal schreiben ob der Stream leckt bei Rainbow Six ist doch ein schnelles Spiel aber es ist doch ein wenig Grafikleistung braucht warum ich grad mit Pistols spiele war es selber nicht ja ja easy game wenn mit dir SSL grad geht leckt ein bisschen ja ok das ist doch ein schnelles Spiel aber ich hab halt trotzdem 30 FPS konstant Licht ist halt ein schnelles Spiel Licht dann aber im Prozessor nicht auch wenn ein Grafiker liegt auf keinen Fall wer es wieder gesehen hat weiß dass ich eine GTX 1060 hab mit euch voll zufrieden bin ich hab das Spiels auf Ultra vor ging so auf Mittel kann man nachschauen ob SSL wirklich geht also wenn ihr das Spiel startet nicht erst beim zweiten Versuch sondern wirklich direkt beim ersten Versuch dass er connecten können davon selber geht SSL? jawohl dann warte mal gehe ich mal kurz ins Hauptmenü dann schaue ich mal ob das Spiel wirklich geht und wer nicht muss ich die Szene wechseln ich weiß ob ich den Stream neu starten muss weil ich hab nämlich noch nie zwischen zwei Szenen gewechselt ich check jetzt mal kurz SSL ihr seht noch ein bisschen Reinbar 6 warum geht bei mir selbst das ist doch froh dass es geht bei MRN DM geht es nicht alle 5 Sekunden Standbildschirm das ist nämlich das Problem was ich noch wie gesagt ist ja noch äh ich hab für der fünfter Stream jetzt gerade meinst du ich connecte grad Connecting Methode 42 Sekunden wird man gleich sehen ja Aero Connecting easy game retry in 10 Sekunden Connecting Nummer 2 mit der Methode 42 Sekunden also bei mir also es geht bei mir wirklich nicht die Operation has time dauert also ich hab hier ich bekomme nicht mehr irgendeine Verbindung zum Server mach mal doch eine T-Hand warum kommt denn hier alle rein und ich komm nicht rein ich mach jetzt mal eine T-Hand ich hab jetzt noch das Spiel und dann und dann ich hab jetzt letztes Spiel das wir die Uzi haben als Sekundär bei Geisel also bei mir ging es grad wirklich nicht oh wo die CPU-Auslassung ist natürlich ungeil ich mach das jetzt noch und dann oh ich glaub ich hab Ping also Ping beim Tern ist ja ein wenig blöd zu sagen aber er hat aber einen Gladengrad ja locate der Hostage machen wir jetzt einmal nicht es gibt bloß 4 Spots wo die sitzen kann dementsprechend ist die Auswahl nicht so groß also bei mir gehts grad wirklich nicht ich hab's grad zweimal probier ich bin nicht reingekommen in das Spiel also wenns jetzt natürlich direkt da oben sitzt wäre es natürlich schon mal ein geiler Scheiß ah tatsächlich das war jetzt man muss eine Spots halt bloß kennen diese Cambo L85 ist die beste Waffe im ganzen Spiel gibt zwar sauviele what the fuck gibt zwar sauviele geile aber aber was die Sprite überhaupt nicht die Waffe also nicht wirklich ja es lädt wirklich alle 5 Sekunden also Moment ich mach jetzt das Ding kurz ich kann nicht die Geister mal direkt nehmen ich hab mich halt aber Gegner dann am Sack ich schau immer so runter weil könnt ihr ja Berndfall und so liegen die Frage ist halt nur Leute ich weiß ja erbo müssen wir gleich hin gut auf die andere Seite vom ganzen Gebäude war hier irgendwie zu erwarten da haben wir Probleme das war geil oh könnte mein schnellstes Extract Hostage sein normalerweise mach es immer so dass erst die ganzen Gegner killen im ganzen Gebäude dann spawnen auch keine mehr danach guck mal wo sie hinlaufen äh äh was mit einem Headshot kill ich den Bomber Alter immer noch also bei manchen geht es wirklich noch nicht kann sein dass die das wieder ähm regionsabhängig freischalten die Server das ist ja auch manchmal so keine Ahnung dass der Norden früher freischalten wie der Süden oder so was weiß ich also rein was ich lag dem Stream das kann ich mir mal merken das ist eine scheiß Bombe überhaupt das ist eine scheiß Bombe überhaupt dann war einer die UC ist halt so schnell leer ich muss noch ein wenig Muni haben bis sie ans Ende kommt ich muss noch mal wissen ich muss noch mal wissen ob der Bombe ist es ist älteste wie also manche schreiben es geht manche schreiben es geht nicht also ich weiß nicht ich wohne halt recht weit im Süden Deutschlands das kann sein dass es wirklich so regionenabhängig ist oder anbiete das Telekom später freigeschalten oh was Alter später freigeschalten wird wie keine Ahnung ich weiß nicht ich hab's mich verarscht wir wollen ja noch drauf gehen wir wollen ja noch drauf gehen normalerweise ab der 23 Kills am Ende ich kann kein Ding auswählen ich könnte ja eigentlich ich bin ja blöd ne wo kommt der jetzt her okay wo kommt der jetzt her ich will jetzt mal wissen wo der Bombe sitzt steht nein 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 ich muss den jetzt raus loggen also wenigstens wo der aufschau mal steht eins zwei jetzt haben wir noch vier Kills weil ich hab immer so 23 und zwar sind noch den Bomber noch einen aber die Nate krochen vielleicht fickt sie den direkt Damage haben wir gemacht 3 2 1 jetzt werden wir nicht mal getroffen gerade okay ein Gegner noch und dann probieren wir wieder SSL ich muss noch 31 Leben mehr scheiß drauf das müsste der letzte sein ja ich bin wirklich wieder und ich habe ungefähr das schlechteste Internet Hessen alles naja das ist ja quasi sie sind natürlich von mir also nicht so weit weg jetzt gehts jetzt gehts also wenns jetzt wirklich geht dann kann ich ja es war wirklich wahrscheinlich um Punkt 20 Uhr um die angefangen weil ich habe um 20 Uhr das Spiel gestartet oder sowas um 20 Uhr und dann hat es wieder abgekackt so warte mal da haben wir mal geschrieben SSL geht nicht SSL geht nicht der spielt schon CS everyplace auch am Start so ich starte jetzt das Spiel ihr seht jetzt ein bisschen wieder Lobby also grad seht ihr noch was anderes sehe ich dann kann ich mich oben auch einmal die das Spiel ändern so Kjam Games haben wir schon mal ah ich bin connected jawohl okay keinen Stress jetzt muss ich gucken ob ich die Szene ändern kann jetzt gehe ich mal auf SSL und ich gehe aus oh ich habe ja direkt übernommen das ist geil habe ich noch nie gemacht er sieht wahrscheinlich jetzt SSL das ist gut Jubel mache ich auch direkt aus sonst habe ich keine Internetauslastung mehr oder ich spare mir wieder ein bisschen was ok nebenbei ihr seht jetzt noch Teern und jetzt ich bin sicher dass ihr schon Dings seht kurz schauen ja doch ich sehe SSL direkt jawohl so da sind wir zurück bei SSL also Level Up ist da Level Up kommt Level Up kommt morgen oder so 19.000 also gut 20.000 XP bis zum nächsten Level 71.000 auf jeden Fall unter 70k bis zum Laserbeam ähm ich glaube der am 23.09 das ist ja nächsten Freitag glaube ich so jetzt mache ich erst einmal eine Lobby auf guck mal ihr seht ihr die Lobby ist nix los die einzigen die ich jetzt mal einladet seid ihr alle so viel verworfen Frames erst mal acht Spieler ich leise einfach mal alle ein die SSL spielen die die da sind lade ich ein kann sein es es sind noch gar nicht so viele muss ich sagen ah ah du scheiße wir machen jetzt erst einmal 300hp allshot ja endlich geht's auf dein wenn ich Level 100 bin ich kann immer kurz zeigen dass alle angenommen haben sind noch 720.000 XP ich habe jetzt noch nicht einmal 200k das war eine FA geschickt wann waren das das muss ich erst einmal fahren oder ein ich habe zwei FA wer bist du der Olli wahrscheinlich ne ich muss das Steam Profil immer auschecken das hat nämlich auch seinen Grund naja aber wir haben den aber wir haben den Boah WTF wir haben den Mega Nuke easy game so so fängt man Spiele an dementsprechend würde ich sagen wir schenken auf jeden Fall jetzt wir nutzen den Express den Mega Nuke und den Skid so schaut es auf jeden Fall schon mal aus dementsprechend dadurch dass Scheiß drauf das war schon mal gut die Spider jetzt mal weniger Probleme wenn die die müssen ja das Problem ist halt ich nehme halt eigentlich nur Leute an von denen ich weiß aber das von denen ich weiß wo ich ungefähr blesen kann dass die halbwegs hohes Level haben weil du hast jetzt 14,8 Stunden ich sag's jetzt einfach im Stream ich hab sogar zwei Shanks das reicht nicht aber das reicht für einen Mega Nuke das Problem ist halt das Problem ist halt ich hab halt ich hab halt mega Nuke ich hab halt voll die OP-Waffe das ist das Problem dass du halt mit 14,8 Stunden hast vielleicht Level 30 oder so soll das schon Level 60, 65 sein und so sortiere ich auch die Leute aus habe ich das öfter mal erzählt im Stream aber wer neu dazu kommt der weiß das halt natürlich noch nicht ist halt ist ja klar ja bitte gib mir jetzt ein Grid ja das müssen reicht sogar für beide das hab ich damals so geschossen dass es echt für beide reicht nice game ey ich muss den Shank treffen wir haben halt was konfusion oh scheiße Level 39 ja das haben wir mal so das Spiel noch ein wenig und dann ja komm auf jeden Fall zusammenschmeißer wir sagen wir mal wenn du Level 60 bist geht es auf jeden Fall aber ich meine die niedrigeren Level gehen ja recht schnell zu spielen ja ich hab den Stream auch immer noch gemutet ich ändere dann gleich mal wenn ich irgendwann mal drauf geht den Titel und das Spiel 2 Crit und 2 Damage also das ist jetzt der Böse gemeint aber weiß der wie es ist wenn du mit mir spielst ist zwar nicht schlecht weil dann du hast quasi einen guten dem Team der halbwegs gute Waffen hat was jetzt mal nix heißt aber das kann euch auch nach hinten losgehen wenn ich gegen dich spiele dass ich dich dann quasi abziehe ist jetzt blöd zu sagen aber das ist fast so und so halte ich auch meine FL halbwegs sauber nicht mit 100 könnte er 200er Grid werden auf Airby die Frage ist wie schießt man am besten Junk ist halt Junk ist halt Kakausbomb die haben wir safe Damage macht die muss Schildpicks treffen oh war das geil oh war das geil und er ist down mit der mit der Multinade zerlegt und es hat zwei Schlenks ich will das scheiss Schwert haben der haut jetzt eh der haut jetzt eh das sind zwei ne beieinander ne ja ich weiß ich hab jetzt hier 110 Leute in der FL wenn ich jeden annehmen würde hätte ich schon 200 weit über 200 Äh? Gut, einige getroffen waren in Zuckerl. Aber der ist könnte drauf. Ja. Würde ich vorhin die Feier geht. 88 Grit mit was? 88 Grit? Mole Hill? Ach, der hat wahrscheinlich die Gritstufe noch nicht ganz geabgeordnet. So, jetzt ist meine Zeit. Reicht der Shank da runter? Ey, das wird fast sauknapp. Das wird mal sauknapp. Ich glaube nämlich nicht, dass der reicht. Obwohl er eine recht große Reichweite ist. Weil das ja kein Dagger ist, ja bloß der Shank. Das muss nicht reichen. Obwohl die Chance dafür recht groß ist. Ja, da reicht die Spitze. Hä? Wusste ich. Ich habe ja noch einen, bis er nicht so ist. Ich werde nie auf sowas zutreffen, wenn er abhaut. Hallo? Ey, jetzt reicht das wieder nicht. Aber könnt ihr nochmal probieren, ne? Weil diesmal schieße ich nach oben. Aber diesmal könnte es sogar reichen. Ne, reicht wieder nicht. Aber scheiß drauf. Erstmal Flying 4, was voll auf mich geht, aber... Ja, jetzt reicht's. Jawohl. Bouncy Ball. Läu hat sich selber gegrittet. Zweiten Schuss getroffen. Zweiter Shank. Das war gut. Mega New getroffen. Ich weiß gar nicht, ob ich Multipli habe. Ich glaube 1,4. Gucken. Für 145 gute Zelt immer nur einen Hit. Sonst wäre es ein wenig zu OP. Ja, wenn es natürlich SSL durchsucht ist, ist die Sache ein bisschen eine andere. Muss ich sagen. Ey, wir machen einfach den gleichen Spaß nochmal. So, dann wenn ich irgendwann mal draufgehe, stelle ich mal den Stream um. Also die Einstellungen. So, Shadow. Summle. Echt, die sind natürlich alles... Alles, was ich... Äh, das sieht hier kernels. Haben auf zweiter Stufe Popcorn. Also hab ich gestern Abend noch gezockt. Drei Shockwave. Wenn ich mich genau zwischendeporten könnte, ne? Ich hab sogar zwei. Ja, und wir haben halt dreimal alle weg. Das ist immer voll geil. Dementsprechend lass erstmal Hexagon reinfetzen. Das müsste ich eigentlich alles treffen dann. Fio auf den SSL zu suchen. Ich weiß gar nicht, bis man nicht heute aufgestanden wird. Ich glaub ich's dafür gar nicht sagen. Alter, das ist Smart-Sniper, oder? Ja, weil das wäre ein normaler gewesen wäre. Good shot, ey. Drei Shockwaves. Wie geil wären das? Jetzt alle drei zu treffen. Wir können einen Shadow... Also ich bin schon mal froh, dass ich Popcorn hab. Spar mal für immer die Gears, desto mehr du hast, desto mehr du merkst, wer die Gegner... Naja, ich schwarz erst mal auf zweieinhalb K und dann will ich mir erst mal einen Soundtrack holen. So viel sag ich mir schon selbst. Ja, wohl 40. Ähm... 200 K und die Rungenschaft. Haben wir dafür dann Gear aufgesammelt. Und die will ich haben. Ich hab jetzt auch die Folge kommen. Was ist heute? Mittwoch, ne? Samstag kommen die. Das Juggernaut Achievement. 8 Player Juggernaut zu gewinnen. Hab ich jetzt auch endlich. Hab ich vercheckt aufzune- Äh, nicht vercheckt aufzunehmen. Ich hab's... Verspätet. Also ihr zählen die ersten 20 Sekunden oder so, aber... Das ist ja irrelevant von dem ganzen Spiel gewesen. Probieren sie einfach mal auf minus 5, ich weiß grad selber nicht. Ich hab dann vielleicht einen Musik-Ding kaufen, einspeichern und auf die... Ach, schade doch, trifft sogar. 100 Crit, what the fuck. Und noch ne Super-Katze rein. Oder vielleicht auch ne normale Katze, weiß ich nicht. 24 Crit, ja what the fuck. Ach, komm ey. Ich muss eigentlich die Shockwave benutzen. In dem Fall muss ich mich da hinstellen. Und schieß den Rainbow rüber. Machen wir ja auch noch. Deswegen soll ich Rainbow, Erdbeben, Shockwave jetzt in dem Fall immer gut aufheben. Können euch auf jeden Fall hier alle schön abschießen. Mega Rainbow, ja. Ja, XP-Farm, kennst mich doch. Boah, Alter. Einfach mal 105 mit nem scheiß Regenbogen. Der macht so eigentlich gar nix. Ich glaub, ne, juckt mich mal überhaupt nicht. Jetzt eigentlich rüber teleportieren und einer Shockwave benutzen. Aber die Chance ist, hat man einfach saugering, dass ich da wirklich rüberkomme. Können aber probieren, ob die reicht. Ich mein, der Radius, wenn die bis zum äußeren Radius reicht von meinem Schussding. Dann ist es geil. Weil dann haben wir auf jeden Fall zwei Kills. Safe. Aber ich glaub das reicht nicht. Aber es schaut jetzt wieder ganz gut für uns aus, für unser Team. Ja, ich weiß, XP-Farm ist geil, aber... Ah, guck mal wie... Wie wenig da fehlt, ey. Wo sind erstmal zwei Leute down? Ja, wie hat auch... Ein HP. Geil. Weil ich will ja ein paar Waffen abgräuten. Napalm ist zum Beispiel dabei. Muss ich gleich mal ändern, ey. Den Titel. Aber ich geh nicht geh. Ich sterbe ja nicht. Alter, war das geil geschossen. Erstmal sowieso down. Macht 50 oder 100. Kommt jetzt drauf an. Gut, wir haben bloß 50 maximal gewesen. Und Betty ist er. Jetzt haben wir quasi drei gegen eins. Teleport. Oh, da können sogar die Shockwave reingehen. Geil. Wie viel wir stärker machen müssen. Ergebt euch das mal. Wir haben jetzt... Sechs Stück stärker, das reicht aber nicht. Deswegen machen wir jetzt so nochmal minus eins. Alter. Bitte nicht auf mich. Oh Gott, wir treffen Schiffer. Gut. Weil Rocker wäre auch noch nicht schlecht zu haben. Kommt alles in die nächsten 800 Stunden wahrscheinlich. Snake wäre auch eine Idee. Ja, wir machen auf jeden Fall eine XP von bald. Wenn ich Moons bekomme. Den Boulder wollte ich noch upgraden. Die Asteroiden wollte ich upgraden. Oder Meteoriden. Ich weiß nicht wie die heißen. Also gerade nicht wie sie heißen. Eigentlich weiß ich nicht so. Oh Gott, bin ich blöd. Spiele ich noch CSGO? Nein. Ich sag mal dazu sehr selten. Ich sag so wie es ist scheiß Hacker. Ich spiele es halt einfach nicht mehr. Ihr könnt über meinen Rang wissen. Mittlerweile noch Gn3. Warum er gegen Hacker spielt, verlierst du halt einfach automatisch. Dementsprechend ist da eine Elo. Gut. Er hat mit dem Rang was zu tun. Dementsprechend seine Kadene zugut. Du kriegst doch kein MVP. Und deswegen geht alles den Bach runter. Wenn du auf Global oder so spielst. Oder die Global Spinelle auf. Ich sehe ja. Ja draußen zumindest. Oder besser die die man kennt. Reicht jetzt Zielstock. WFLD müsste eigentlich reichen. Ob komm noch ein bissel runter zu mir. Deswegen spiele ich bloß noch Rheuma Six. Wenn ich gerade Rheuma Six spiele. Dann hätte ich vielleicht auch ein CS vorheriges. Oder ein Deathmatch steuern können ins CS. Aber selbst da sind die Rheitchacker der Hölle drin. Teilweise. Die schlimmsten sind teilweise ja nicht mal die Hacker selber. Sondern die sich halt. Boosten lassen durch einen Hacker. Oder durch einen Cheater dann. Also was ja einer der sich die Hacks kauft. Und die anderen. Boosten lassen. Für 10 Euro. Oder so. Das ist halt eh das Binder. Das kann ich mal ein Shock Shell im Stream zeigen. Wollte ich auch einen Kommentar gefragt. By the way. Ich habe die. Shock Shell. In der. Folge morgen. Drin. Müsst ihr auf jeden Fall treffen. Der Feuer juckt mich ja gerade nicht so viel. Weil es kurz ist. Und zwar. Aber deswegen kriege ich trotzdem. 40 von meinem Maid. Und vom Feuerwehr. Ich bin jetzt eh down. Loll. 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 Ich komme hier nicht hoch. Roboter Trio. Dann kille mich safe selber. Aber ich treffe mal die Shock Wave aber. Oder? Oder Summoner für Ultra Dammit. Oder Shock Wave mit 80 Grid. Mit 80 Grid ist er down. Du musst auch nicht 30 Sekunden. Was? Achso. Ich soll Sperre denn von 30 Sekunden von Twitch. Ja. Das nicht gescannt wird. Mal können hier einer durchgehen. Irgendwie. So lange in Text schreiben. Dass Twitch hinterher kommt. Deswegen ist das so eine Sperre drin von 30 Sekunden. Die können nicht auch irgendwo aufheben. Bloß. Was? Wie soll man denn? Machen wir mal Point Battle jetzt direkt zum Anfang. Ja. Machen wir mal Point Battle. Aber mit One Weapon. Machen wir mal auf Any 35. 35 muss sein. 30 Runden. Aber kein Team sondern FFA. So. Und jetzt bis das mal startet. Kann ich nebenbei mal den Stream ändern. Also die. Dass ich. Keine Rainbow Six spiele. Sondern. Kann man sagen wenn es los geht. Ab. Bei der Samma spielt. Shell. Shock. Ich muss es gleich ändern und jetzt müsste ich ein Spiel sein. Jawohl. Sonst erst mal irgendwas. Das sind Leute, die joinen und nicht annehmen. Level 89 hat einen Laserbeam. Easy game. Privates Profil. Jawohl. Juggernaut. Ja. Die Map ist halt mal wieder so. Das ist eh keine Sound. Dementsprechend spielen wir eine Real Point Battle. Weil eh alle nebeneinander stehen. Wasserballon könnt ihr euch jetzt hart reinfetzen. Die Frage ist, dass ich direkt auf muss ich auf beide schießen. Geht ihr nicht direkt auf muss ich zwischen die drei schießen. Ich schieße mal zwischen die drei. Und dann schauen wir mal was passiert. So. War der immer so schlecht mit 60. Alter static chain. Die trifft halt mal 2, 3, 4. Das ist halt die letzte Stufe. 12. Darkblade 12 auch am Start. Anderson auch am Start. Die Kake ist irgendwie auch immer dabei. Das Wunder bloß. Der macht dann Digger auf mich. Macht aber mehr Damage wenn er den Digger auf die vier Leute oder auf die drei Leute macht. Ja geil. Schockschill. BZ-Garme. Gut trifft sowieso. Wie gesagt Stream hat verzögert gewesen. Weil es nicht ging. Sag mal 20.53 Uhr. Ich Stream 38 Minuten. Fast 20 Minuten Verzögerung. Oh 70 Damage sogar. Ja geil. Was geil ist halt. Ähm. Wir treffen halt mehrere Leute. Aber schießen selber nicht ab. Das heißt wir bekommen die XP. Ja genau. Ja. Ach. Ich hab jetzt auch mal wieder Bock drauf. Seit langem. Ach. 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 das erste mal dass ich sag dass der scheiß ding von der anderen seite hätte kommen sollen so jetzt wasser mal auf würde ich gerade ob ich zwischen andead fungus und agent fire schießen powerpoint und 640 b kommt nicht in die mir das ist das problem naja ok kann auch machen ich wollte gerade schon bedankt ob ich einladen kann dann machen wir mal ja wohl minute 40 im stream 220 ergriff mit shooting star das war geil das gab mir 200 punkte wer liegt nirgendwo vorne ich ne agent fire ja gar nicht ich ich werde wahrscheinlich nach dem stream bestellen weil am samstag ist der nächste geplant da habe ich was vor weil ich will eigentlich am samstag hat man ssl spielen aber ob ich das schon durchziehe weiß ich nicht weil es wird nämlich dann safe 10 15 stunden am stück vielleicht bin ich tot nach dem stream aber werfen wir sehen wir haben nämlich zwischen drei spielen wo ich noch schwanken will also eins dauert länger eins kürzer beim anderen weiß es nicht was aber noch nie das ist richtig spiel aber ich kenne das spiel aber das wäre nicht nur mit einem neuen mit machen weil es wäre ein recht geiles lp auf youtube das mit dem mikrofon grad so triple a titel die wirklich mit mir das du weißt das ding was wir die von unterbundersel mal wieder kritik oder so soll es nicht mit dem mit meinem mikrofon aufnehmen das ist irgendwie passt es nicht zusammen so geiles spiel und so scheiß mikrofon wenn er versteht was ich meine deswegen ich überlege extra zwischen last of us von der ps3 wie das geht weiß ich nicht aber ich habe das über die elgardo aber die erste version davon über usb über der ihr programm auf twitch das weiß nicht wie es geht erst muss das mikrofon kommen bis dahin last of us wolfenstein den new order oder ori in the blind forest alles drei kalt spiel wobei ori habe ich noch nicht spiel also ich kenne es aber das spiel weiß nicht mehr was es geht ich habe das letztes jahr oder vorletztes wann kam das spiel aus letztes oder vorletztes jahr bei gronk sehen aber der ist abgebrochenes lp warum weiß ich schon gar nicht mal glaubt es zu schwer oder so ich fand das spiel einfach geil deswegen wollte ich das mal selber spielen wenn dann schon im stream als auf jeden fall auf youtube als let's play ich hoffe dass das spiel mehr auf die gpu oder cpu geht weil da kann ich es auch recht wo ich muss es eigentlich nicht streamen aber ich will es gerne streamen weil es doch recht geiles spiel das hat auch eine saugute bewertung ich habe über 90 geile spiele die über 90 jami sind safe gut könnt ihr euch darauf verlassen ob es dann eurer genre ist das wird die andere sache ich habe voll die punkte verloren jawohl puzzler kann man nicht zwei schenken weil ja gerade zwei nebeneinander gestanden erst mal bitte schenken erst mal was ist mal wenn die leute alles so lange laden ja dauert das point battle auch jetzt auf 30 rollen zwei stunden gefühlt wenn du einfach in der müde stehst du einfach senkrecht alter weiß gar nicht der gerät wenn die alle ewig ihren schuss ausdeichseln müssen wo der reingehen könnte das dauert halt ewig dem sprengend in die mittel stellen nach oben schießen fertig ist die kiste kriegst wirklich keine xp raus ich habe jetzt in meinem fall 88 nach dem spiel sag mal drittel sind wir eigentlich waren bei 240 wenn es so weitergeht das ist gut wo die stehen hängen das ist echt gut wo die stehen man trifft beide 180 glaube ich müssen das dann sein gut der kruss unserer sonde gezählt ist wie man es nicht so viel jetzt habe ich 1000 punkte und ich kann nicht alle einladen ich werde mal eine neue lobby erstellen ich wundere mich dann rausgehen alle die heute schon dabei sind scheinern dabei zwei glaube ich ich hatte mal mit dem bikenador hatte ich mal 80 oder warum man das ist 40 bringe auf mich selber oder reicht es machen wir doch mal ja reicht wie kommt man in die schlacht naja ist die mir immer so option aber du solltest schon ein paar stunden haben 50 stunden plus oder level 65 plus sag ich immer auf das ist meine kiste jetzt war es einmal auf 89er winkel auf 100 stärke da muss auf jeden fall irgendwo treffen ich sage mal 50 stunden plus waffler jawohl das ist das puzzler upgrade stufe 3 oder 2 2 glaube ich 3 sogar wir müssen auf die beiden gehen um halbwegs damage rauszuholen es sieht ja passler auf stufe 2 wir haben schon über die hälfte ja ich weiß dass wundere woche am nächsten zukommen deswegen am samstag es wird ja nicht unter der woche ich weiß manche am schule ich habe es noch nicht aber in vier wochen ich glaube es waren 1,6 fast 270 für die liste geile roller könnte man eigentlich auf einem skillshot machen auf einem bamba skillshot machen wir auch waffler 170 war geil ich dachte ich dachte dass die sie war oder wie immer der heißt die dritte stufe sind waffler die zweite gut ich hab das item noch nie freischalten gehabt ich hab's ja öfter mal gespielt ja was weißt du beim roller ist die umgekehrte psychologie roller dreht nicht um der express würde jetzt nach links fahren weißt du den instant airwombs bekommen halt auch nicht 43 stunden naja dann spielst du noch ein paar und dann was das ich setze da halt eine grenze wenn ihr 49,8 habt dann müsst ihr halt noch 0,2 spielen das ist einfach so das ist das assi von mir weil das schon wieder geschrieben wurde teilweise es ist halt einfach bloß dass ihr halbwegs eine chance habt ich hab drei stufen von dem karbett feier wenn ich mit der dritten komme ich mit der ersten und mache euch halt trotzdem 30 40 mehr auch mit crit der bei dem fall drift ne bei uns treu kam auch bald stufe drei wieder zwischen die beiden ich stell dich doch nicht zu mir dann kriegen doch bloß mehr punkte auch mal und 131 xp aber mit 240 gehen wir raus wir treffen uns ja nicht selber deswegen ist point battle in dem fall ist das eine xp-farm lol portal schon in dem fall ist es eine xp-farm wirklich weil jeder schießt auf jeden anderen aber nicht auf sich selber jetzt sehe ich aber jetzt 140 wenn wir wirklich mit 240 rausgehen auf dem 1,6 multiplikator bekommen wir 384 als normalen bonus ich bin mit abstand vorne ne ja 1070 das kann sein wenn zu kurz gewesen sein was ich die auf ihn das war das was überhaupt nicht geplant war ich dachte eher ich schieße zu kurz auf betty an den berg unten und dark shadow trifft hat man safe beide also so safe ist es jetzt noch ne aber wenigstens geht ssl wieder ich habe nämlich gestern ich habe gestern ohne schein gestern knapp über 1000 xp bloß gespielt weil ich habe gesagt am dach 5000 geht ja recht schnell also was ist recht schnell ihr braucht ja gute lobby leute die schnell einstecken gerade für dich weiß ob ich den winkel noch rausfinden obwohl es war zu laut obwohl doch passt ich habe gesagt pro nach 5000 bis 70.000 bis zum laserbeam da werde ich in genau zwei wochen durch um so zu sagen und ich habe in vier wochen jetzt uni heißt eigentlich am dach wenn ich zweieinhalb tausend am dach spiele kommen wir durch wenn ich jetzt im stream 5000 spiele muss ich morgen gar nichts machen vom prinzip her weil ich will den laserbeam auf jeden fall vor der uni haben vom prinzip her wäre es wurscht ob ich will den da auf jeden fall haben ich weiß dass ich meinen bouncy ball nicht benutze wenn du gerade fläche hast wo too much water stimmt es nicht selbst das passen dann wäre das ganze halt schon geiler weil dann kann ich den wirklich senkrecht hoch schießen treffe ich zwar selber wenigstens die damage noch ein probleme mit dem schanker damals hat er sich nämlich woanders hingestellt mal zwei pop spot 2 damage beim letzten stream und sich beschwertes angekündigt habe habe ich zwar habe ich aber recht kurz jawohl 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 jetzt passt auf das item habe ich selber noch nie benutzt noch nie wirklich ich hatte mal ich habe schon mal börn popkorn das weiß ich auch nicht aber ich meine popkorn habe ich noch nie benutzt gerade das erste mal gucken was es macht also ich weiß schon was es macht das war so geil war sogar zu weit was auf eine person aber 120 und es brennt noch nicht einmal durch ich kann ja vom prinzip her damals selbst kann ich beide kann ich beide schenken 320 der match das wird das wird das ist das wäre das ich glaube kriegst beim schenken aus so jeden fünften schuss beziehungsweise treffer ich muss sicherlich 2000 punkte haben über 2000 auch jetzt haben wir abgeholt jetzt haben wir 150 durch 1,6 ich muss jetzt 100 damage machen mit napalm dann haben wir das abgeholt auf was wir sich am meisten zu skillen meinst wahrscheinlich also von die vom vom fuel her und so tatsächlich erst mal grid und armor grid und armor du kannst du kannst du da noch nicht fahren also noch nicht so weit fahren aber das habe ich auch das ganze zu machen ist ihr das 100? ja das ist das napalm upgrade das ist das napalm upgrade das sage ich sogar das predict ich dass es das ist weil laut stats oder waffenliste film mir da noch 150 am 1,6er multi wenn das stimmt dann müsste das eigentlich stimmen kann ich nicht hier einen skillshot raus haben naja napalm ab aber was ist denn du das? ich will das mit dem stream nebenbei laufen aber vielleicht keine angst au was sogar noch ein grid au das war geil ich habe fahren, grid, armor ja luck habe ich nur dass ich den gröpplinghook habe und vielleicht noch ein zwei weitere sachen mehr aber auch wirklich nicht kann ich dann nochmal zeigen wenn das spiel rum ist spotter xl der fehlt halt auch fast nix mehr auf dem xxl also fast nix mehr ist immer ein bisschen variable te daha ähhh falls ihr mir schreiben wollt auf steam und wollt irgendwas grüsen man sieht ob aber ob es nimmt keinen twitch overlay auf Und OBS nimmt tatsächlich kein Steam-Overlay auf, im Gegensatz zu den oberen, aber ne? Haaa, Bami-Junge! Oh, der BFG9K macht einen 105er-Grid. Da seht ihr jetzt zum Beispiel, er hat den Grid nicht voll geupcodeet. Weil wenn ihr den Grid nämlich voll habt, bekommt ihr wirklich auch das Doppelte. Vom... vom Damage, was die Waffe normal macht, also beim Shank macht er dann beim Grid 160 und so macht er, wenn er's nicht voll habt, vielleicht plus 120. Also bei... nicht mal 2, sondern mal 1,5. Ich hab jetzt das Grid komplett auf voll. Deswegen krieg ich halt immer die doppelte Anzahl vom Damage, die's macht. Das war mal echt scheiße, muss ich sagen, ey. 7 Damage, jawoll. Ich kann ja grad den einladen, siehst du, ich bin im Spiel. Ich hab echt 231, ich hab gesagt mit 240 gehen wir raus. Ich hab gesagt mit 240 gehen wir raus und wir haben's halt gleich schon. Das Gute ist, 5 Bounds können der, wenn ich den zu langsam datzen lasse, wirklich voll hart treffen. Ja gut, das sind halt 5 Bounds, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und das beim sechsten schlägt da ein, das wird lustig. Mal probieren. 1, 2, 3... Oh Gott wird er langsam. Gott wird das Ding langsam. Komm ich will noch 3 XP zu haben, es gibt noch mal gute Waffe, ey. Black Hole, Nuke, irgendwas. Super Sinklets, ey, du willst mich doch komplett verarschen, ey. Fahr den Berg hoch. Scheiße. Super Sinklets, hab ich auch gelockt, äh geanlockt. Wann weiß ich schon gar nicht mehr. Ich mach dann eher neue Lobby. Ähm, dann kann ich's euch zeigen. Hab ich glaubt gewonnen, 2400? Ja, schaut ganz gut aus. Oder wir wollen den Bouncy Ball rauskommen. Einfach ganz, ganz sachte da drüber schießen. Weil der wird von selber schnell. Oh, oder auch nicht. Ich hätt nicht gedacht, dass er so kurz geht. Ja, ich hab nicht gedacht, dass der so kurz geht. Na, easy game, ey. Das können wir noch beschleunigen. Ihr seht, wir haben jetzt 387. War schon ganz gut, muss ich sagen. War echt nicht schlecht. Sagt, irgendwo kommt ein Snap Palme und... Alter, bloß noch 120. Shock Shield, 114. 360, weil's Secret war. Dann kommt Jack mit 500. Das war natürlich auch ein richtiges Upgrade. Heavy Ringer, gut. Puzzler. Alter, das war auch richtig nice. Und jetzt kommt Popcorn. Na gut, geht eigentlich. Firestorm. Wir haben's 9300 XP. Oder 9500 XP hat mich das jetzt gekostet. Jetzt... Mama Seagull. 2 Abkreuz am Stück. Am Stück. 2 Abkreuz. Sag mal... Die 6 Stück komplett durch. Ob Spotter... Spotter wär's auch noch geil gewesen oder Splitter. What the fuck? Das geh ich hier mal kurz raus. Und dann mach ich ja neue Lobby. Und dann muss ich mal kurz... Genau, wir machen's erst einmal hier. Daily Wind Bonus. Bitte gib mir die 100. Weil dann spielen wir heute noch safe bis zu die 2500 Gears. Weil die 20 können wir dann auch mitnehmen. Schaut aber nicht so aus. Dementsprechend bauen wir noch 117. Dann... Genau, aber ich wollte noch kurz zeigen... Tank. Du siehst, ich hab... Fuel komplett voll. Und Grid komplett voll. Armor... Ja gut, bei den hohen Matches die ich hab... Da bringt's eigentlich eh nimmer so viel. Also bringt's schon was. Weil der mehr habt ihr. Aber fahren ist halt auch saubig. Und die siehst hier beim... Beim Black. Ich hab nur den Grubbling Hook rüber. Also einmal so und so. Was ist das? Ach, Items. Dass ich Items in Kisten bekomme. Ich wollte das da unten auch noch machen. Dass ich mehr Armor bekomme. Also der Value of Armor ist der Wert der Armor. Dass der höher wird. Also ich lade mal eine Runde ein. Und dann machen wir mal 8 Spieler in weiß. Ich lade's alle ein, die im Spiel sind. Und... Sind ehrlich sag mal nicht zu viele. Sind echt nicht viele. Das Problem ist halt jetzt gerade auch. Ich krieg immer Einladungen. Oder ich werde immer gefragt, dass ich die Leute einladen soll. Aber selber sind sie nicht im Spiel. Weil wenn bisher das Spiel startet, das dauert auch abhängig. Und derzeit kann die Lobby voll sein. Ne. Das ist das Problem an der Sache. Ich glaube wir machen halt Rebound. Im Team. Mit nur. 200. Highwind. Allshot. One Weapon. 35er. Und any. So. Rebound. 3. Btw. Ich seh den Level ab ne 86. Die Folge gestern oder morgen. Aber 85. Ungünstig habe ich. Aber kommt morgen sogar oder? Muss ich gleich mal nachschauen. Und zwar die kommt. Wie viele unter meinem Livestream angekündigt. Wie sie geschrieben haben. Dass wir spielen nicht geht. Ob ich helfen kann. Oder geflamed wurde. Warum es noch nicht losgeht. Was ist denn los mit euch ey. Ich hab. Wenn ich nicht circa reingeschrieben hab. 20 Uhr. Dann tut's mal leid. An der Zeit. Wenn ich noch mal bekomme. Ach das Ding. Das Chuggernaut Ding kommt am 18. Das ist am Samstag. Ja. Doch. Morgen kommt Level. Marsch. Übermorgen kommt Level ab. Moment. Heute kam ja SSL. Ich glaube das Level runter gemacht. Maxima Level differences of any. Schon seit ner halben Minute. Ich bin ja gerade rausgetappt. Heute kam ja Folge SSL, morgen kommt der Folge GDA Dann kommt am 16. das Level ab Genau, und dann am 18. die, alter passt als erste Waffe, das muss ich save Deswegen spiele ich bloß auf 35 Sekunden Erstmal verschrieben, weil passt, da kann ich jetzt im Reborn bei Full Damage Auf 3,76 habe ich mal 100, dann müsst ihr wieviel ich es fähig bekommen Ich bin schon erstmal fertig, da fertig ist Ich so, ich schalte den Schreiben und wisst, dass ich Puzzle habe, ne? Ja, ich war asozial Okay, mach mal die umgekehrte Psychologie mal Ich stehe eh nicht gut für die Map, ich muss da viel weiter hoch Das save kann ich nicht schon wieder Also von letztem zu weiß ich, aber Ich bin gespannt, ob das was wird Okay wird es nicht Ich muss den Puzzle halt mal hat treffen Ich muss einfach jede Runde weiter vorkommen Mehr nicht, da wo Ender früh steht und dann gehts eigentlich Und dann habe ich auch eine Chance, der Puzzle Also, dass ich den dann treffe Ja, ey, ich habe Hunger, Jungs Jetzt keine Folge oder so Das war einfach ein Stream Der dauert nicht plus 20 Minuten Oh Gott, bin ich blöd ey Ich war genau die Bande, wo ich halt mal hinschießen wollte Danke für die Frogs Was haben wir für eine Waffe Chicken Fling Da treffen wir sowieso nicht, gehen wir lieber mal save Muss schon machen, einfach was essen Wenn die Dessert mich killt, ne Sei froh Die trifft sogar Die trifft sogar Die trifft sogar Es ist so unfassbar warm Es ist so unfassbar warm Es ist so unfassbar warm hier Die 800. Tage in Folge Wo es so warm ist Wo es so warm ist Hm Ne? Da oben hin Da runter Wenn die aber auf den Kreis geht Habe ich echt das Problem Wenn die exakt Betty oder Pokémon Trainer trifft Habe ich Problem Deswegen Deswegen machen wir erstmal Chicken Fling Abfall Haben wir auch irgendwann mal Ja Und genau das meinte ich nämlich Und so wollte ich den Puzzler nämlich ohne Scheiß aufgeschossen War doch kein Puzzler Was wollte er denn? Seid ihr mal so einen Stress machen hier Ist der Niedler grad durch die Bande durchgeflogen? Wenn ich Puzzler hat treffe Dann kommt es eh in Stream Hey Leute Jetzt pass aber auf Jetzt pass aber auf Jetzt Das ist so eine Bande die ist gut Die ist geil Entschuldigung Entschuldigung zu verschwinden Bei dem einen Den ich noch ab Oh Darkblade ist off Hab ich gar nicht mitbekommen gerade Die Frage ist halt Wie exakt Treffe ich den Ich will da nämlich nicht verschießen Wir machen so Komm bitte Ja Exakt getroffen Jetzt gibt es Action Das war gut 50 auf den Multiplikator Ich weiß es könnte besser sein werden Gerade sie war Stufe 3 Aber wir haben HUT getroffen So wollte ich den Schuss haben Genau so wollte ich den Schuss haben Nicht anders Jetzt machen wir erstmal Fat Friendly Fire Torpedos jetzt auch noch Treffen Das wäre echt zu viel Pol Mit dem Gegenwind Mit dem Gegenwind des Todes Und wir machen erstmal ein Headwitcher Der Sniper Easy Game Peace Jawohl 56 Ja Puzzler Hammer Welche Zeit war das? 1,4 ungefähr Also 1 Stunde 4 Wir upgraden dann zwar nicht Ja wir haben bis 200 HP Fällt mir jetzt auf Gell Ja da könnte man sogar Torpedos treffen Jetzt mal ohne Scheiß Oder weil mein Digger hier so dran Ist ja ganz spitzer Winkel Aber im Gegenwind Das trifft ihn damit selber Fat Stacks erst recht Ne wisst ihr was? Ich will ihn denn nicht? Den Defense Extrasse ist abgeräumt Ich schieße ihn einfach mal weg Hätte ja sein können dass er noch wieder zurückkommt aber Alter der trifft nicht echt 4 damage friendly Feuer Aber das ist ein geiler Puzzler Schuss Das war Auf ein bisschen am schiefen Winkel Die fallen hier runter Auch wenn der Wind Ich finde das stimmt Übrigens wirklich Gibt es jetzt ein Ein Steam Guide Ja war ein Steam Guide Dazu Mit dem Wind auch Und es ist wirklich so Und es ist wirklich so dass der Wind 10 Wind ist ein Ding Weniger oder mehr Oh Gattes Wind Aber schieße ich auf 300 Stärke Bin ich eigentlich blöd Gibt mir halt nur friendly fire Habt ihr daran Hirn geschissen oder? Alles war friendly fire Mich hat nix freundlich äh mich hat nix gegnerisches getroffen Ah ok Wenn wir sowas damit bekommen Dann geht das eigentlich Sorry für die Kraftausgabe Aber es war so Ich hoffe der fliegt nicht drüber Wenn ich am Wind Äh ja Es reicht eigentlich pro Runde Einen Damage zu machen Ich hab auf jeden Fall immer die 5 XP Äh Bumper Skill Shot Bonus Was 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 Das ist für mich kein Aufwand Den Stream auf YouTube zu explodieren Das ist echt kein Aufwand Das ist echt kein Aufwand Ich hab ja Ich muss ja da nicht mal was machen Das macht der Twitch automatisch Es hat zwei Klicks mehr nicht Nein du warst Du warst Powerpoint Ah Ah Man sieht sich aber Wir schießen trotzdem erstmal die Weißt du was wir probierens jetzt einfach Jetzt mal Hut brutal Ach komm Ach komm Ach komm ey 9 Es ist echt nicht mein Rübers Beste war der Passe Und zwar mit Abstand Obwohl es nur 50 Damage war Oh jetzt Torpedos Ich hab die Uhrzeit Ich hab keine Zeitgefühle Halb 10 Wir fehlen noch Einer von uns Da kommt irgendeiner Ach komm Hier Geil ey ich sterb noch ohne Scheiß Jemmer Vulkan Bouncyball Jemmer Bouncyball Alter Fuck Boah Das ist das Schlimmste am Rüber Und deswegen eigentlich immer Jeder gegen jeden Und deswegen eigentlich immer Jeder gegen jeden Wenn ich jetzt da ein 140er Minusgrid reinhau Tut es mir schon mal leid Aber Warum sollte ich jetzt Absichtlich über ein Tifier machen Gut das war für heute mal nix Aber er ist fast down Das ist gut 7 HP Alter Desert Alter Desert Wollte ich mit Scherm erstmal voll durchheizen Könnt ihr auch treffen Was kostet das Game 7? 690 Gab es aber Letzte oder vorletzte Woche aus dem Sale Für 349 Mike Das war sogar noch Mein Kill Alter Schwede Äh Wo steht denn er überhaupt da hinten Desert Excavation Vulkan Wir machen mal Vulkan Wenn die Kittens treffen Ist er auch down Voll auf mein Mate Und ich kille meinen Mate Pass auf Alter Das hätte ich Minus XP gegeben Wenn ich den wegen einem HP gekillt hätte Das Minus Sub-Sniper Okay Alter Sub-Sniper zu treffen Leck Ja das kann vielleicht An dem Ding liegen haben Was war denn das gerade für Schuss War das auch Desert? Ich kann doch noch mehr Minus XP machen Jungs Ich kann doch die 5 Sekunden aber auch nicht mehr an Ich bin schon nicht mehr an Ich bin schon nicht mehr an Disconnected oder? Wenn mich das jetzt getroffen hätte, dann wäre ich halt down gewesen, safe. Mit meinen 14 lächerlichen, mit der Fertstacks. Das könnte man sogar noch mal probieren. Aber wir gehen auf die Se- Ich kille doch eher meine Mates, ey. Da wisst ihr was. Probier ein Stück Bier drin, also muss das gut sein. Alter Schwede. Alter war das ein geiler Schuss. Bist hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der reingeht. Alter, guck euch den Puzzle an, wie geil der war. Alter Junge, war der Schuss? Geil. Wahrscheinlich gerade hart übersteuert. Jetzt mal ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich bin gerade. Puh. Das wäre aber, wenn ihr selber noch nicht abgeräutert habt. Das waren jetzt auch nur 60 damage, wenn es 120 gewesen wären. Oder 100 damage für die normale Sniper. Mal 3,76. Ich habe von der ersten Stufe, die zweite Stufe zum Viertel fast schon. Ich muss erstmal was trinken drauf. So was sind Stream Highlights. So was passiert. Meistens in der Aufnahme. Oder in der Aufnahme aufzunehmen. Also in der Aufnahme meistens. Dann. Die Frage, ob es explodiert ist. Die explodiert doch bevor. Ich weiß nicht, ob es auf geht, oder? Pfff. Boah, Alter. Mein nächstes jetzt schief mit. Ey, Wind. Pass auf. Wind saved mich. Hehehe. Was ist da schon wieder rein? Gut, waren bloß 3. Sie haben zu 8 XP. Mir ist mir wurscht. Was ich unbedingt haben will, ist der Flattener. Also ich weiß nicht, wie die normale Waffe heißt. Ich weiß bloß, wie die vierte Abgräutstufe heißt. Der Flattener. Das davor. Weiß ich gar nicht. Dafür brauche ich auf jeden Fall 5.000 gespielte Runden. Ich habe jetzt 1.098. Also ein guter Fünftel in 216 Stunden. Wobei die ganze Missionen abziehen müsste ich auch noch. Nebenbei gezockt habe, um aber Level zu bekommen. Ganz am Anfang. Ach, scheiße. Nicht getroffen. Wie war denn der Schuss gerade? Wir haben heute Firestorm schon geupgradet. Wir haben heute die Mama Seagull geupgradet. Wir haben den geilsten Schuss des Jahrtausends eigentlich. Wir haben Puzzler gefühlt um das Doppelte, was wir vor dem Stream hatten geupgradet. Was ist nicht los, wenn wir jetzt noch den Boulder, die Moons und Asteroiden upgraden. Das ist der geilste Stream ever. Obwohl SSL davor nicht ging. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Wenn wir die drei Sachen heute noch bekommen. Zwei sind es, ne? Ne, es sind sogar drei. Weil ich meine, Moons sind nicht zu schwer. Die Wespen werden schon irgendwas treffen. Jawohl. 50, 60, 70. GG Easy. Ich hab ja wenigstens noch Armour. Safe Bun. WTF? OT-Länen auch am Start? Ja, doch. Ähm. Du hast mir gestern... Handelsangebot. Ich hab's gesehen. Bloß zu spät. Ich war ja auf Abwesend. War wirklich nicht da. Ich war nicht auf Sparsich auf Abwesend. Ich war nicht da. Dementsprechend war das Angebot. Er stand auf jeden Fall da. Ich bin zu spät dran, das Angebot anzunehmen. Keine Ahnung. Das waren, glaub ich, Walking Dead Sammelnkarten, oder? Alter, Crit. Nochmal. Komm, wir haben das 22. Wenn da geht, noch einer. Ja, Alter, wann hab ich so viel Ding schon wieder verloren? CSGO ist auf jeden Fall... Ne, ich kann jetzt mal Skins zeigen. Aber mehr bis dahin erwarten. Geskilltes Gameplay schon lieber bei Deluxe oder beim Boy oder... Das sind die beiden Deutschen, die man so kennt. Von den Engländern... Von den englischen kennt man da gar keiner. Also ich kenn zumindest gar keiner, weil mich auch CSN immer so interessiert. Ich schau jetzt bei Deluxe oder beim Biwanador ab und zu rein. Aber ich mach jetzt gleich wieder keine Werbung. Ich sag's bloß, dass die mehr geskilltes Gameplay haben wie ich. Bitte fliegt's nicht runter. Ja! Perfekt! 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 Bitte noch ein bisschen mehr! Perfekt! Hoppe 100. Jawoll! 376 Punkte. Die Spyder! Deathshadow macht 50 damage ... Müsst ihr euch auf jeden Fall einen von denen treffen... Wenn ihr nicht habt enttäuscht! was soll man denn bitte translaten translate.google.de was glaube ich war hier von uns schon mal benutzt und dann wir beide getroffen zwölf gritten easy game da kann ich nur leben 100 damage es ist ein geil das ist das geilste rüber und spiel die letzten also das mit dem sniper schuss da ging es los vom letzten game und das ist das game ist bis jetzt nur geil ohne scheiß ja wo schießt man sich überhaupt das ding hin ich weiß überhaupt nix ja ja genau das zorge sich den arsch ablacht ich bin zu dritten nebeneinander bestimmt 30 leute war das neue rekord ich sehe es jetzt wirklich weil die ganze fenster drüber sind 16 so bei ender frückte ist die schredders rein dann wäre schon zufrieden nein du warst doch drehen scheiße da war doch trink legen ach komm ich ja denn auch mann ich hätte etwas klingeln können wir sind zwei hp erstmal mitnehmen ob irgendwas getroppt hat naja nicht gesaved mal zwei mit gröller naja bei team du kannst halt hier einfach auf alle schießen du kannst einfach firecraft 100 ist der mew2 wissen das wissen der wo steht es überhaupt ach ganz rechts das ist so viel armor ich muss aber auf dich gehen langsam kill easy das war ein kill ein bumper skillshot und ein buff skillshot alles drei sachen noch portal skillshot da hätten wir alle vier gehabt und ich bin der der gestorben ist xxx brück ach der joshidog was geht ab diesem stream so ab diesem stream so begonnen aber hat sich gelohnt so weit oh ja ich habe gerade die diese drei sternchen irgendwie gecheckt selber oh gott oh gott oh gott ja der schist muss ich mich selber kill oder davor danach hatte ich noch das hoffentliche glück oder ich habe den gedanken dass ich auf zork hier noch gehen könnte 100 in top 4 schon wieder 27 gegen wenn das heißt eigentlich können wir ein bisschen weitermachen bis jetzt das am anfang war das schon nicht zu geil weil es ist einer jawohl und noch einer der grit der grit ist real jungs chicken fling schön rein fetzen also und schweiz der destruy muss ich sagen destruy bound und der sniper schluss sind die highlights bis jetzt unter die zwei waffen abkreuze bisher eigentlich recht steil reinschießen das war steil oder zu tun steil habe ich das noch 28 oder keiner getroffen gerade größer für gehen sie auf pokemon trainer ich weiß du weißt jetzt was ich habe oder 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 wir machen erst mal ender früh ich meine da hinten zu treffen wird recht schwer ja okay ich hätte vielleicht doch weitermachen soll das war echt nicht geil keiner auf mich ist mein u-play ist noch offen by the way sehe ich gerade alle auf dich du hast noch armor ohne scheiß gut ich müsste jetzt da und dann außer er hat nur einen normalen shot dann bin ich nicht down muss doch mal u-play zu machen jetzt kommen jetzt ja wenigstens die schale noch jawohl ich mach's mal kurz u-play zu dual roller das ist gut ich sag ja jede runde wir haben jetzt 14 runden wenn er 14 mal trefft 14 mal 5 habe da schon 90 xp safe habe ich 92 weil ich nicht jede runde getroffen habe das könnte mich selber killen jetzt fällt es mal gerade auf geht an den kreis und dann geht an den strich und fahrt zurück macht es aber nicht ich habe noch drei habe was und kehrt denn der typ um das ist ja die umgekehrte scheiße da in der früge drei water trio vom suicide squad bin ich voll dabei scheiße oder ich kann sogar zore killen es kann sogar noch eine kill chance sein die hier drin ist der zägerung ist 15 sekunden standardmäßig weil ich über frankfurt gehe ich habe erst mal selber gekillt sex damage du kannst hier bei ob es ein server auswählen oder eine verknüpfung verknüpfungspunkte aber standardmäßig steht hier irgendwie auf alabama usa geht alphabetisch halt dann gehst du halt auf den nächsten deutschland ist frankfurt und berlin muss glaube ich sein ich kann jetzt auch nicht umstellen oder schauen sonst schießt mir alles weg dementsprechend bis es in frankfurt auf dem server bei twitch dann ist könnte er auch schneller gehen aber ihr müsst es ja im hintergrund hochladen auch noch deswegen muss ich ja die bitte gerade so niedrig machen weil sonst lagts hier bei euch weil das nicht hochladen kann in der zeit 501 auch davon ja genau schießt die klappe auf betty die die jetzt sogar geht drauf nicht ist es sogar auch unter zehn er damit sein können aber kein 100 100 xp und bonus so jetzt dringe ich mal kurz zwei flasche aus eine halbe stunde nicht mal, meine lieblingszahl gibt es nicht, keine ahnung obwohl, ne, gibt es eigentlich nicht ich mein, könnte es vom ding her sagen 1 oder 15 15 Punkte, oder anode 1 nicht alles geil, aber so lieblingszahl, dass ich seine lieblingszahl, keine ahnung, 3, 5, gut 3 jetzt vielleicht nicht so, aber 5 oder 8 oder 6 oder 4, was weiß ich eigentlich nicht oder 20 damage mit dem penetrator v2 ja dass der kanal richtig groß wird, wäre halt geil flintlock, keine ahnung ja genau, wenn der kanal groß ist ja genau, wenn der kanal groß ist halt nicht nix dagegen sag ich jetzt mal so gut, ich meine das habe ich eh in vier Wochen Uni da kommt eh nicht mehr so viel, da kommt eh nicht mehr jeden Tag im Video also alle zwei, wenn das schafft jetzt weiße ich euch aber mal aber die was wäre das was wäre das die Wer jetzt im Stream dabei ist, hat Sammelkarten von SSL, die ich noch nicht habe. Ich sag gleich welche ich noch brauche. Ich will kurz den Schuss noch sehen. Gut, aber eh nicht so geil. Mal kurz sagen welche ich noch brauche. Also von SSL rede ich jetzt. Abzeichen. Mir fehlen noch 3. Mir fehlt... 25 Ball wer den hat, Schrapnel und Tsunami. Die 3 fehlen mir vom Rest habe ich. Wer die hat, kann man gerne einmal ein Handelsangebot schicken. Können auch jetzt machen, ich sehe es ja dann. Also die 3. Ich sag nochmal 25 Ball, Schrapnel und Tsunami. Die 3 noch. Weil dann kann ich die... Das Ding voll... ALTER Junge. Aber wenigstens war ein MVP. Alter war das ein geiler... Bounce. Die Spider, die geht ab. Der Rest fand ich zu geil, aber... Alter war das, wir sind wieder fast in den Top 1100. Was wollt ihr haben? Richtige XP-Farm. Wir können eigentlich mal Assassin reinhauen für zwischendrin. Aber mit Auto-Weapon. Aber nicht mit Wind. 200 AP, passt. Passt. Jetzt muss ich ja mal kurz, weil der Schuss, der war zwar nicht meiner, aber das ist echter Livestream-Highlight muss ich sagen. Das war... Ich war zwar raus getappt, aber ne Moment, ich glaube im Stream müsste man da 10. weil er nimmt ja nicht mein dass du war sicher die szene eingestellt mit das club aber war der von pokemon trainer ja ja ich check mein leben nicht das war geil bett ist mein target das trifft natürlich ganz gut das trifft sich natürlich mal hat geil wenn ich meine 280 damage hat man schon irgendwie mal 280 am arsch 250 hätte man schon mal recht schnell machen können shadow ufo haben wir schon mal 90 aber sonst macht ja gut aus ich treff nicht einmal ich hätte noch weiter vorfallen müssen bin ich blöd äh ja ufo ganz knapp hat er einen saugroßen radius dementsprechend ach gott ach gott zu lang gelabert mich geht keiner bin egal bin egal echt sozial von euch weil ich will nämlich auch irgendwann mal die errungen schafft 250 assassin kills das heißt ich will flexiblen euro kostet weil das heißt ich muss auch 200 assassin kills machen dementsprechend wir haben auf jeden fall im live stream 23 assassins zocken dafür kann ich echt schon sagen warum gibt es eigentlich für rebound keine errungen schafft? ich werde getroffen ja wohl verstehe nicht ich habe schon bestimmt 30 40 rebounds gewonnen aber wenn man sagt 100 mal rebound dann bin ich sofort mit dabei mit der erste das wahrscheinlich hat weil werde ich nur noch über uns sucht man hat wenigstens mal rebound dann wirklich ein sitch ich treffe jetzt einfach so runterfallen lassen ich meine 15 stecken ja wenn die lauter habe ich auch da stehen aber gerade nicht angeschlossen müsste ich jetzt kommen raus zu laufen und den anstecken ich habe das knapp anstecken aber ich muss sagen dass mal ich habe das pc video gemacht mit der lüfter ich frage mich bloß ob ich den lüfterne fallschirm eingebaut habe weil irgendwie kommt es sind beide seiten arschkalt so wie vorne hat es auch hin das macht irgendwie keinen sinn muss ich mal sagen weil ich sollte da vorne kalt sein und hinten warm aber hinten ist auch kalt ist das gehäuse bloß warm warum ist denn da hinten kalt verstehe nicht betty 50 hp ja schenk ne ich will jetzt eine runterfahren absichtlich die blase können wir nochmal benutzen ich müsste das habe ich heute auch erklärt ist ist es umgekehrte psychologie was gespiegelt ist wenn jetzt nach oben gehen mit mit seiner rechts weil das drücken nach unten die linke weil es ist gespiegelt dass wenn er rumdreht nach oben macht es ja mich wird das sind bei uns können dich zwar auf ganz knapp schießen ich habe noch 207 und ich muss natürlich auf ihn warum eigentlich immer auf die leute die noch am meisten leben haben die hohen wenn ich das sind ja ob ich es ist Deutlich weiter hab ich gesagt, also machen wir mal. Wollen die so viel weiter müssen wir gar nicht? Vielleicht nur 1 höchstens hätt ich jetzt gesagt. 6,99, also ich sag mal 7 Euro. Trifft mir nicht, weil die Palme... Alter warum geht die Palme so weit hoch? Die Idee war nicht schlecht. So 144, wir kriegen 100. Wir haben 45 Grad Flamme, ne? Aber wir haben den Winkel noch nicht, das ist ungünstig. Das ist scheiße. Lightning könnten wir probieren, dass es runterfällt. Oder, ne Moment, dahinter müssen wir's schießen. Nanananana, ich will's nicht verschwenden. Dementsprechend machen wir mal Jump. Na, ich will aber nicht draufgehen. Lass mal... 4 machen. Ich weiß nicht, wie weit es fliegt ist. Wir machen mal 5. Kann das halt voll verschießen jetzt. Zum Glück haben wir... Bisschen, ist jetzt 6 gebraucht. Ich hätt keinen getroffen. WTF? 113 zu 144, das ist echt nicht gut. Weil der 74 jetzt zum Scheiß, was er gemacht hat. Ah, jetzt treffen wir die Blaze. Jetzt die Flamme. Jetzt treffen wir 1 A, oder? Und nochmal minus 1. Warte mal, wir müssen mal minus 1 machen. Ich hätte aber nicht fahren sollen, bin ich blöd, ey. Oh, er geht offline. Ich hätte eventuell ein bisschen zurückfallen. Ist einfach nur so ein Schluck. Wir können jetzt sogar zu kurz gewesen sein. Ja. Jawohl. Er war tatsächlich zu kurz. Hat er gesagt, der geht off? Das könnte reichen sogar. Okay. Ich hab noch Sillyballs, ne? Ja, können treffen. Womit ist nicht eigentlich jetzt so ein Ding. Ich mein, auf mich... geht hier keiner, ne? Es werde eh ich gegen ihn. Wegen Maxinado. Wir haben beide 118. Ich stehe da halt weg von dem weg. Gute Wahl, jetzt ging halt keiner auf mich die Runden. Jetzt aber, jetzt gibt's erstmal neue Items. Gibt mir mega neue. Gibt mir eine Ringe. Ja geil. Blasen, Kitten, Strobin, alles geil. Schauen wir mal den Hodorap. Blasen können den halt killen. Wir müssen das ja probieren, ne? Was willst du machen? Was hat Maxinado vor dir? Ich stehe einfach mal eiskalt raus. Weil gut, wenn ich jetzt auch noch gäbe, ich habe schon mal 2 Assassin kill zwitternden gewinnt. Vielleicht auch noch. Zu kurz, ne? Ach komm, hau mich weg. Er könnte aber ruhig ja drin sein auf die Distanz, ne? Nee, könnte es nicht. Strobi, jetzt pass mal auf. 1, 2 Stärke. Ist ja safe, die Damageanzahl machen. Er trifft auch nicht perfekt. Ach komm. 5? Mann. Der lohnt sich aber auch keinen Ringer zu benutzen, ne? Der machen wir halt... Silly Bolt. Ich mache schon 5, ne? Silly Bolt. Ich mache schon 5, ne? Ob wir am meisten Damage haben, bezweifle ich tatsächlich. Geht auch mit Abstand sogar. 18.000 bald plus noch. Jawoll. War da irgendwas besonderes? Oh, die... Ja gut, blazed. Na gut, die ganz große. Die braucht noch ein wenig länger. Aber wir haben keinen Stein, keine Munz und keine Asteroiden bekommen. Das müssen wir es euch mal geben. 1.100. Top. Aber joinable, kann joinable. Ich habe das auch auf any. Also... Was ist jetzt hier dann? Mal kurz schauen, weil... Ich habe mich von Upload abgebrochen. Er sieht das wieder komplett von vorne aus. Ah ok. Ich bin auch 18% nämlich. Ich muss im Hintergrund hochladen. Was zum Fick habt ihr gegen die Signal-Play-Missionen, Alter? Wie in die Folge von heute besser gesagt. Ja, wer da ist, kann joinen. Ich bin alle raus jetzt. Ist ja dann natürlich richtig geil. Ach Team Dift Match macht Sinn, ne? Elo ist auch wieder einigermaßen weiter oben. 1437 könnte auch besser sein, aber... Willst du nach Malle fliegen, oder was? Oder willst du in einem Supermarkt in den USA einkaufen? Wer verpasst? Ich habe das Assassin-Cone. Mehr war es nicht. Ich glaube gerade haben wir auch nix. Ja, ich habe einen der FL, der ist Level 89 jetzt mittlerweile. Der ist unter die DOP. 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 Der Typ ist Level 100 und dann 814 Stunden. 160,4 Stunden in zwei Wochen. Aber 160,4 Stunden. Äh, MoHP macht voll Sinn, ne? 160,4. Das sind einfach mal 6,7 Tage gerundet. Von 14. Der hat quasi eine Woche von zwei Wochen gezockt. 600 Stunden, ne? Ja, in zwei Wochen. Wie viele Stunden hat der jetzt gehabt? Naja, ich habe was falsch gesagt. Der hat 814. Und davon 160 in den letzten zwei Wochen. Du sagst einfach mal 20% in zwei Wochen vom ganzen Spiel kannst sagen. Wieder kein Sch... Ah! Oh! 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 Wir haben die Moons! Man kann eher mal so weit fahren und nicht? Das ist eigentlich nett. Aber das stimmt. Das wird mir auch interessiert, was ein Global rein ist. Mit Level 100. Das stimmt eigentlich. Das interessiert mich auch. Pass auf, irgendwie jetzt so... Ich sag mal, unter die... Top 100 wird das schon sein. Der erste hat irgendwie 2,2 Millionen XP. Kann man irgendwo auf Steam nachschauen. Ich geh doch gar nicht auf dich. Was willst du denn schon wieder? Die Besten waren sogar recht geil. Was ist das? Guck mal, da kommt der Theorie... Äh, der Firestorm. Da kommt der schon. Warum denn Stark keinen Laserbeam, keinen Yookum, kein Ding hat? Keine Armhäuser, keine Sunflower, muss ich einfach sagen. Oder Lotterie? Ich wollte ja Moons treffen, einfach muss ich auf den Berg hoch. Was studierst du Maschinenbau? Kann ich das so... Aber das kann ich sagen. Ist so. Mach ich. Hab ich vor. Soll's sau schwer sein. Er hat halt noch so ein Ding. Aber wir haben auch so ein Ding. Guck mal, wie OP es ist. Er macht ein Ding 15 Damage. Ich mach doch auf eine Person schon. Saft 200. Ich hab das nicht alle gemacht. 324. Na stark ey. Leck mich auf den Arsch ey. Hab ich glaub auch Damage gemacht. Ah geil, bleib da. Hau mal die Moons auf dich. Gut, dass mein Cosmic rift. Scheiß drauf. Dann muss ich halt den ganz treffen. Ja und er liegt auf 1000. Er hat einfach den Master Beam. Ich. Tod. Noch nicht. Er war von stark, weil er ganz unten steht. Ich hab da gemacht 225. Naja. Da ist halt der drin, sag ich mal. Ich will ja den Ding auch mal endlich haben. Ich muss nicht auf ihn schießen, ne. Wir bleiben einfach hinterm Portal stehen. Das ist einfach so schlecht. Und schießen. Was trifft denn Safe hinterm Portal? Siki Bomb? Nicht so wirklich, ne. Express. Ganz schwach. Ganz schwach. 25. Ach, trifft wenigstens so. Gut, ich muss jetzt auf jeden Fall, wenn ich noch Leben mit uns treffe. Und danach bin ich eh down. Das ist wenigstens die Moons. Das Edge steht natürlich perfekt für Moons. Wenn ich halt jetzt voll treffe mit 80, 90 Dammit schau mal die Moons auf die Orbitals. Oder Orbitale halt. Weil mit voll dämst und 100 durch treffen die alle so und schweben noch nicht so behindert rum. Das stimmt. Reicht Safe nicht. Ich bin Downsort 10er. Das ist das... Crazy-class ist der Dicker mit dabei. Stark hat er fast schon alle Waffen auch geabgeordnet leider. Ich muss mal gucken, was der für Elo hat, wenn er noch drin bleibt. Das habe ich vorhin gar nicht nachgeschaut. Das hat er gerade gehabt. Oh, das Crazy-cluster. Hab mich ja gekillt. Oh, guck mal. Eigentlich 1 gegen 4 kann es sagen. Weil Pyroscope... Die 30 AP da. Sinkhole... Oh, wenn der bei, der trifft der Ringer. Drift aber nicht. Gar nichts. Das war die Mama Seagull. Hat die gerade 21 gemacht. Ja, tatsächlich. Das war die Mama Seagull. Hat die gerade 21 gemacht. Das schreibt ja noch mal. Das war die erste Mal. Ja, das war die ganze Zeit. Das kann man sogar nachschauen. Wir merken es einfach mal stark. Mal fett aufschreiben jetzt. Können wir mal in der globalen Statistik nachschauen. Weil die ersten 200 werden ja angezeigt. Gucken ob die Moons erreicht haben, ich glaube es nicht. Ne, dann brauchen sie 3500. Ah genau, Stark hat eine 2036 Elo und 6244 Gears. Obendrüber 7000 und 1400, gut es geht, also Gears gehen nicht, aber... Der Rest, wenn es losgeht bin ich wieder da, ich will jetzt gucken auf Steam da gibt es irgendwie irgendwo... Wo stand denn das mit der... Wer quasi welcher Platz ist... Na Geiz auf keinen Fall, sonst habe ich es nicht gefunden, jetzt muss ich gucken wo man steht, ach du Scheiße. Stark schwirren wir dagegen, Guns, wer hätte es auch gedacht? Haben wir Moons oder... Die stehen beide neben mir. Aber das war Spotter XL, ne? Spotter XL ist aber nicht die geilste Idee die ich jetzt für die beiden... Wo hab ich denn dieses Ding mal gelesen? Ja jetzt bin ich sowieso down, easy game. Ich könnte mit dem Sweep up alle treffen, ne? Komm bitte Spotter, jetzt gib mir einfach einen guten Schuss, 120 Damage oder so. Ja, bau den... Alter, bau den doch nicht immer runter... Bestenliste, sonst müsste es haben... Skillwriting, XP... Show... Globale Bestenliste... Was, ich bin Dritter? Was? Ach, von Freunden... Ich will gar nicht Freunde, globale Bestenliste... Das hat mich da nicht bewegt, aber das ist auch gerade mal Nebensache. Ja, Chiver, ach komm... Jawohl, ne, ich bau den hier runter nebenbei. Bringe auf mich selber, 0 und 90. Mal gucken, ob es 80er-Grid wird. Aber auf jeden Fall schonmal... Jawohl, jetzt auf jeden Fall kein Grid. So, wie ist der... Doch stark da... Globaler Platz 18 ist der... Mit 1.108.014 XP steht auf Seite 2 bei der globalen Liste. 1.000.000 XP hat der Dude. Das ist geil. Das ist richtig... Stark. Fällt mir schon gar keine Worte mehr, ey. 88 Damage... Mach mal eben 88 Damage... Eigentlich nur mit Powered Mob, ne... Das ist aber halt der Shit, dass er... Platz 15... Von SSL... Von der Welt ist... Von der Welt ist... Sondern... Also... Komm, das ist aber... Da fährt er nicht hoch. Wir haben jetzt noch einen Kill mitgenommen. Auch nicht schlecht. Ja, kann es sein, dass unser Team doch irgendwie ein wenig was reißt. Weil wir haben ein White Blowing Team. Das könnte eventuell sein. Vorerst... Jawohl... So, Blasm... Jetzt, pass auf... Jetzt fangen wir an zu spielen. Direkt auf ihn... Passed. Shadow, Passed. Ich spiele halt gerade mit einem, der ist in den Top 15... Der Welt. Das ist geil. Das ist echt ein schlechter Wunsch. Die werden halt... Die können sogar... Na gut, stark ist noch nicht dauern, wo der Shadow Portal umbelassen... Und der 10 ist aber gut. Ist jetzt der Grid dabei sein? Nein... Wir haben ja noch... Äh... Das... Grand Final. Deswegen... Füllen noch Waffen zum Upgraden? Haben wir alle geupgradet? Singlets... Ah, bis auf die Schiffe. Okay... Okay... Bei 35 kommt der Haube weg. Die gehen den Schiffe weg. Das Grammatic Pro... Am Start... Und die Zeit noch? Was heißt um die Zeit? Für mich ist das gerade Zeit... Für manche von euch schon... Oh, da kommt der Firestorm... Ey komm, du gehst doch hart auf mich! Leg doch mal ein wenig an deinem Mitspieler so... Zweiter Kill... Das ist ja... 2x4... Anderer geht auf ihn... Und das dann... Sorry, dann sag ich nichts mehr... Stark steht ganz runter... Macht das schon... Absichtlich... Deswegen haben wir noch die Ripser... Und den Sweeper... Okay, Kiste mit Sweeper... Driften wir mal safe... Oder Fighter-Jet... Also 30 machen wir dann auf jeden Fall... Hat er Uzi oder nicht? Ach komm... Er hätte den Sweeper sowieso benutzt... Naja... Dann machen wir mal die Glocke... Bei uns Trüben... Naja... 140... Ripsow... Fighter-Jet... Naja... Dann machen wir halt den Fighter-Jet... Muss aber halt recht... Naja... Wir gehen das Trüben... Naja... Ein Stündler glaube ich nicht mehr ganz... Das ist bloß der normale Fighter-Jet... Er macht nicht zu viel Damage... 40, 50 vielleicht... Es ist ja... Doch... Doch... 50... Ist down eh... Oh komm... Bitte lass mich an Level 100er killen... Das wär's halt... Das wär geil... Wie klappieren denn dann noch 5... Jetzt kriegt der Armut... Jetzt hätte ich das IQ genommen... Die können sich gegenseitig... Die können sich eh alle... Ich will den jetzt killen... Scheiße... Das reicht nicht... Komm ich mach... Ich mach... Ihhh... Kann ich auch nicht killen... Komm ich muss jetzt noch 30 Damage... 3 XP mitnehmen... Oder wir kriegen einen Crit beim Erdbeben... Sehen wir schon gleich... Er hat... Er hat Napalm... Er hat... Er hat... Er hat... Er hat... Double Damage... Ja... Warte... Also gerade aber auf jeden Fall keins... Der... Ja... Aber ich hätte viel nehmen können... Aber... Ja gut... Er hat den Ding gehabt... stealing... Dein... Der... Das Feuer da... Wir sagen bis 17000... Ist auf jeden Fall safe... Schon mal... Die Dingung... Zumal nicht mal so schlecht... Die Spotter... Eigentlich will ich keine level 100er... Hier weg haben... Aus der Lobby, du weißt... aber ist doch irgendwie geil wie xp vertrete ich keine Zaun in der Level 100 oder restiert doch eh alles weg mal 400 xp habe ich eine ganz gute Idee muss ich sagen mit dem Filechat das war mal zwei das war ein Teleporting außer wenn links eins war das habe ich aber nicht gesehen da wollte ich auch gar nicht hinschießen nach links anschließend am Winkel also friendly fire weiß ich nicht er gibt mir die Drillstufe es blinkt aber ich kann es nicht benutzen das riecht mich immer am meisten auf ja lasst ruhig alle zusammen stehen zweimal Kamikaze zweimal Kamikaze geil 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 das Ding wo es hier liegen bleibt dann treffe ich beide so jetzt pass mal auf wir haben stark warum wie Lost Alter haben wir Level 90 oder was ja ohne Spaß die vorderen beiden sind schon mal nicht so gut oh den Whiteblau ist es halt gut sau gut sogar wollen wir mal schießen ohja das drift das war geil das war ein gelungener schuss muss ich sagen oh gott ja alter stellt euch zu dritt wird das wird's kein gerät sache ich hab's in der folge gesagt alle fünfte sechste ja links über die habe ich wollte da rechts schießen war der plan von der ganzen sache so another one ender frühig hat seine arme auf jeden fall safe los jetzt pass mal auf zwei kamikaze und wir haben jetzt einmal hart getroffen wie geil ich hab schon gesehen als die stürmer kam und da war ein 30 grad grad dabei das kann bloß gut sein stark wie kann man denn ein kosmik rift schießen oder ein spotter wenn man schon weiß dass kometen haben auch da guckt sich anfühlt auch nicht mehr viel dann schießen dass man weiß wenn der gegner hier runter gebaut wird verstehe ich immer nie aber jetzt könnte man probieren muss ich weiß nicht wohin der dann geht dann probieren wir es einfach kamikaze level 2 für der suicide bomber entweder macht allgemein nur mehr damage also quasi wenn du sagst der der gufow das macht ja gleich viel damage guck mal bamba ist einfach easy die flower hat reingekaut oder was ist denn das für ein beispiel dafür macht er beim aufschlag mehr damage wie beim airstrike zum a330 machen auch die drei dinger mehr damage was ich jetzt mal als sinnvollstes sind oder keine ahnung weiß ich nicht ich hab's noch nicht freigestellt wird man haben gerade durch das da durch den durch die schüsse haben wir ja da extrem weit schon gelevelt jetzt braucht er nicht zu viel zimmern ich glaube 3 oder 4 tausend nur anführungsstriche agier die mitte war ja jetzt da naja treffen wir mit uns beide erne bin moons mit komedien bräuchte man ufo dann treffen wir beide pinballen treffen wir gar keine deswegen machen wir einfach mal komedien wir müssen es ja probieren welcher schuss man ist überhaupt das weit untere der obere 6 7 8 ich kann dir mal das item dann zeigen so ist halt bomber so viel ändert sich da nicht aber wenn es habe sehen wir es auf jeden fall aber ich meins habe ich ja ich habe jetzt 300 damage gemacht und alter war das gerade doppel grid das könnte das abgeräuzeine 114 damage es könnte wirklich das abgeräuzein zu den was bei den komedien kommen kann sein dass die kann sein dass es das item ist wo die vom himmel fallen das kann es wirklich sein dass stark meine ganz am anfang wie lost ja aha am arsch haben wir gelost es waren nur zwei dinge die aufgekommen sind da habe ich auf beide jeweils in 40er gehabt oder war nochmal einen war auf jeden fall 40 aber ein meteorit 40 damage auf beide sind dann 80 oh gott war das kurz oh gott war das kurz der andere war dann der rest 34 dann 17 dann 17 aber haut hin ganz blöde situation hier pinpoint könnte man sogar treffen breaker chicken fling probieren jetzt treffen wir ja einen oh starker den rocker safe 44 grip man das war das ist auch wichtig fürs upgrade bfg mit 114 grip ich glaube der grit auch nicht auf full dann sonst hätte er mich merkt mal naja komm ruhig auf die spitze dann mach mal einen big bulger auf minus 5 ist auf jeden fall drin wie mehr schüsse da auch nur zwei runden ach so mehr schüsse ach so meint es mehr schüsse bezogen auf kamikaze janriedl 123 guten abend ich glaube aber auch dass der beim auftreffen dann halt den 50 sondern irgendwie 60 oder 70 der menschen machen weil das kann ich mir schon vorstellen weil nuke macht ja auch 180 und nur 20 hat vom effekt her abgesehen davon dass er größeren radios hat ist der gleiche effekt ja vom prinzip deswegen kann ich mir schon vorstellen dass er dann 70 macht aber ich weiß es nicht kann ich nichts sagen jetzt benutzen wir uns am besten heavy napalm ich glaube ich benutze es einfach mal äh weißte was 45 grad hoch alter war das ein geiles napalm gib mir den kill an kill stark schreibt gar nichts mehr weil er denkt einfach bloß geil ich habe wohnen ich bin eh der lobby hostig kann sogar mehr langsamer machen dann sieh alter ohne schweiß der gewinnt hab ich 796 er gewinnt mit 756 jetzt nicht ernsthaft kamikaze alter wie viele punkte waren das grad komedien reicht nicht obwohl es gut war von oben ich zeig mal kurz das kamikaze nix bums äh weapons steht vor dem nuke und da war so ungefähr wo der steht da suicide bomber näh 4600 braucht das sogar machen wir ja schon auf fünftel wir machen noch ein zwei runden hier der lobby und dann das wollen wir nicht sagen wir voll aufgaben lassen wir mal ein neue lobby zu weißt du doch mal wieder rebound reinhauen weil bringt nämlich sein laserbeam gar nix ist einfach so rang 17 schreibt er hier hat er den typ gott überholt weil er hat also eine 118.014 und der auf 17 hatte nämlich 108.138 also quasi die 20 dinge unterschied also jetzt mal die 1 million back will wieder kam ich gerade so octagon wie geil ist das hier ich denke gerade wenn ich jetzt runter schmeiße er kommt ja weiter links auf wo der schuss liegen bleibt heißt ich könnte betty voll einen rein drücken jetzt aber mein gedanken muss natürlich erst mal funktionieren kritisch wird es ihnen dabei sein naja noch ein bisschen jawohl müsste perfekt passen ja nur 50 aber wieder 50 x 1,4 sind weiß ich gar nicht 70 so da haben wir noch also von die abgeräutet war pensier aber noch schock ich finde das so geil sich das scheiß nach bei mir haben wir jetzt immer noch angezeigt da halte ich mir das doch lieber mal frei gleich vier uhr aufstehen also gehe ich langsam pennen alter vier uhr da bin ich selbst um fünf aufstehen als ich praktikum gemacht habe und bin um neuneinhalb zehn im halb bell und du schießt um vier auf und gehst jetzt erst was der fack alter es ist für sache das sagen es ist echter sache wie stark jede runde bei dem team ist moment was geht da wo sie stark gegen mich muss ich mal rauskicken den dude ja stark komm her hol du dich mach erst mal shock shell weil ich die waffe echt nicht geil finde für das zu 500 ziegelbox kann die echt gar nichts muss ich sagen sie ist echt low lass mal seinen bergabend abbauen shock shell ja nehme ich die nächste runde wenn sie unbedingt willst nehmen wir die nächste runde macht die 35 damage von daher nicht so schlecht ja 100 minuten ingame wenn der stream geht 2 stunden glatt 100 minuten 2 stunden ja wir haben 20 minuten rein bei 6 gibt es dann 120 minuten rein bei 6 gibt es dann 120 minuten rein bei 6 naja geht schneide ich auf jeden fall nicht weg wenn so nach youtube kommt soviel save Moment ich kann ja sowieso nichts schneiden außer ich mags in shock shell finde ich nicht mal so geil die ist zwar geil zum anschauen vom damage her ist die 35 oder 70 mit grit oder mal 2 geht ja gar nicht außer sie ist auf boden du wirst gleich sehen einfach mal ich schieße nach links soviel ziehst du da musst du ja mal auf 100 zielen da kannst du auch auf 1 und nach links zielen ist eigentlich dann egal kann aber sein dass die nicht trifft jetzt weil der schmeißt die immer nach oben weg und kann sein dass ich mich selber hitte damit so habe ich das auch noch nicht gesehen dass der dich so weit weg schmeißt what the fuck funktioniert eigentlich schon ein bisserl handzahmer bei einem von unseren team wird er disconnected also das wäre super super octagon portal gun manchmal ja portal gun recht wichtig weil er stark noch auf unter 400 bringen ja 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 ich gleich down vorgehen war das gerade 100er grit geben wir mal kurz Minute 2,2,2,2,3 ganz schön viel geiler scheiß hat passiert in dem stream alter wo der steht ey sorry octagon jawoll ich kann sogar ein portal shot draus machen Machen wir auch. 5 XP für einen Hit. Das ist geil, der Rebounder trifft den Gegner. Obwohl die Bande nicht getroffen hab. Aber trifft durchs Portal und kriegt 5 XP. Und die werden dann nicht mal abgezogen. Das muss funktionieren. Jetzt soll keiner downen oder so. Ich will jetzt mal Spaß haben. Können sogar mich treffen. Oh, oh, 60 Grad Gerät. Und noch mal 60 Grad auf dem Reddy. Ich gleich down. Bis auf WK-Boys hab ich wieder alles. Warum krieg ich jetzt so einen Shot? Und bitte gib mir Laserbeam. Ach, Erden bekommen. Bitch, alter. Was noch save? Also am meisten Damage würde ich jetzt echt noch machen. Also save. Junker, einfach rüberziehen so. Terroriert nicht mal. Also schieß auf Stark. Ne, guck mal, Junker ist nicht down. Ich leb nicht mehr. Jetzt bin ich down. Alter, mit Pinpoint ist natürlich für die Situation auch das geilste. Ich mein 53 XP. Wir haben eigentlich getroffen, was wir wollten. Und noch ein Portal Shot. Machst halt nix, ne? Weiß ich nicht. Wiß ich nicht. Was der damit meint. Ja gut. Das hat mir auch... Einer mal... In Wonder Woman hat mir das eigentlich geschrieben. dass er eigentlich only high wind und one weapon spielt am modus ist dann scheißegal also abgesehen von marksman und von points die vier anderen modus spielt er halt aber sonst spiele nur die beiden allein schon wegen die xp hier kriegt er dann ich sag mal plus 09 auf jeden fall mehr xp und glaube ich sogar plus 12 oder so spieler ist deswegen ist er vielleicht auch schon level habe ich gerade kurz pink alles gerade wenn geleckt hat wenn das geleckt hat sorry vielleicht zufällig gerade mal rüber geschaut da war ich bei upstream von 400kb die sekunde und der hat im roten bereich sonst bin ich bei 900 ist im grünen bereich bauen da trifft doch eh nicht master du brauchst einfach ein erdbeam mega quake ich glaube mein internet geht gerade hart steil nach unten ok 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 ich lief nach dem game mal die lobby und leider wieder die und die überhaupt noch online sind kann ich mal kurz nachschauen weshalb noch online im spiel einer joshi ist noch dabei ne ich würde sagen wir machen die stream nicht ganz so lang vielleicht noch bis vielleicht nur so 25 minuten oder so ja ja leck ich weiß ja auch warum aber ich weiß also ich weiß das ist leck warum weiß ich nicht ja wirklich firestorm und mama siegel dass ich mama siegel von moons oder komedien habe das hätte ich echt nicht gedacht wie viel damage hatten die gerade gemacht das war gg ne ja tatsächlich muss man seine errungenschaften anschauen sorry ich brauchte mal sein profil kam ich ganz ja schon auf 1040 jawohl okay aber kurz auf stark sein profil außer er lieft jetzt pass mal auf jetzt lief der tatsächlich aber warte mal ich hab den ja noch in der anderen liste jetzt pass mal auf ich hoffe ich kann seine errungenschaften anschauen also eine millionen xp hat er am 9. september um 17.04 freigeschalten also vor fünf tagen gerade mal wir hatten besser fünf runde gehabt am 25. mai und vier monate später hat er eine millionen xp what the fuck wie kommt denn der so schnell hoch so jetzt suche ich erstmal eine lobby dass wir was zu tun haben schon mal da rein geht sogar warte auf der hat nicht einmal 3000 gespielte runden ne und ist level 100 ich hab 1100 gespielte runden ne mit level 6 und dingsbums was bin ich denn 86 und von den 2919 hat er 1742 gewonnen bei missionen hat er 780 mal gestartet er pute erstmal die missionen jetzt auch 250 oder so durch die folge ok ficken hauptsache ich treff wenn ich gleich da umflöten aber wenigstens 72 damage gemacht könnten dann 72,8,5,13,10 xp sein ich ziehe mir 5 xp ab alle vier auf einem haufen ich hätte mir sofort einen new black hole puzzler da rein 200 damage save ich treffe mich selber weil ich so blöd bin zum schießen also der einzige der mehr damage macht bin ich selber also der der nicht mal 3000 gespielte runden und ich so zu naja 5000 runden für einen flattener kriegt man schon easy sum wenn nicht mal der das hat und ist level 100 wie soll ich das dann zusammen bekommen das ist natürlich der shit ich guck mal ob das funktioniert von tal weil ich stehe echt scheiße er trifft rüppi trifft na fliegt natürlich vorbei aber könnt beim hoch hm ich war auch noch wenigstens runter das ist gut welche levels sind die eigentlich habe ich gehabt 88 und das ist schon mal gut hm spider könnte man abgewalten auch wenn ich hier so drauf schieße die bounce nach oben die treffe aber nicht wir müssen eigentlich da oben hinschießen und die muss wieder die kommen dann wieder zurück das ist doch alles scheiße hier aber ich muss es ja fast probieren außer ich schieße da hin wenn das funktioniert wenn wir mal 31 bin ich glaube die kommen wieder zurück ach komm jetzt ist der wir haben halt schon zu stark geschossen der bee kennt dahinten ey was hat mich warum treffe mich kein zentox ok shadow dürfte safe sein nejo ach komm ey hau doch ab so oder so so ne so ne äh war Grit ne war geil hab ich grad gar nicht sehen bei dem steam overlay war die sind alle dahinten und killen sich gegenseitig das heißt eigentlich wenn wir hier vorne wir drei halbwegs defense spielen die kommen jetzt wieder zurück aber ich hoffe dass ich die nade kommen sie durch den wind die katze 2 down von 2468 ich kann natürlich jetzt ihn also ich mach eh nimmer so ich mach so also dass ich zweieinhalb stunden geströmter sind dann noch so 18 minuten weiß ich nicht so dann mach ich da auch nimmer aber da mal gucken was sich so ergibt eigentlich kann ich ja länger bleiben weil ich meine es kommen ich habe nur noch alle zwei tage ssl ab und ich muss zu schauen wenn er schon ssl süchtig sei samstag kommt jeder nächste ström ob er dann aber ssl ist weiß ich nicht ich habe ja was vor ich muss ich noch schließen hau doch ab hau doch einfach ab was macht er überhaupt einfach mal so hinschießen ja ok ich würde mal sagen das ist tatsächlich die zeit halb elf wo die meisten gehen das sehe ich ja auch ein ist auch ja nichts dagegen ah jawohl wenn ich es eine getroffen ist war wichtig einer down jawohl zwei down lol da sind noch drei leute am start was geht denn ab jungs cosmic rift erst mal oh oh dead white jawohl er trifft aber nicht safe aber ich muss was benutzen jetzt ja durch den windmüster treffen müsste sogar down sein könnte sogar my kill sein tatsache eins gegen eins ich habe noch black hole ich aber ich habe echt keine xp gesammelt im ganzen spiel den treffe jetzt sowieso nicht aber ich kann das mal zwei einfach eiskalt mitnehmen wohl bei dem wind rechts ja los wenn wir die wand hinten treffen dann der einmal runter schlägt bei so 19 hp werden wir mal zwei bin ja nicht gefahren das war fehler komm kiste kiste ach komm ja genau da können wir sogar noch selber treffen einmal auf lang zweimal dreimal vier mal vier mal steckt er los auf jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich gespannt ha teleport armor pfeffer gell ffs was er kostet mir grüft ist halt was feines ne bei heavy fleet upgrade auf squadron müsste das sein disconnected jetzt haut dieser xp weg gut wenn er auf muss kann es nichts dafür obwohl das game jetzt rum sein könnte ja es ist rum ich lebe noch als was er caps lock hier geht das wollte ich eigentlich nicht ja morgen schuldet ist kriegt er aber gab es ja auch nicht also ich habe es auch immer aber ich habe bald wieder haben wir irgendwas getroffen shadow stimmt schiff haben wir getroffen aber sonst mehr war es nicht ne ja dann sagen wir mal wie schaut es mir die xp aus was machen wir dafür gibt es gibt es eine 1 gegen 1 möglichkeit oh level 88 das hat level 88 ist natürlich eine hausnummer er ist 84 das ist auch eine hausnummer aber er ist erstmal voll äh da bei der jetzt gekippe ich am level 100 hp nach einem schuss ist der typ down ah und vielleicht 100 gears exakt ist das eingestellt 200 habe hier eingestellt ja wohl ok granite storm forks nuke na easy game und nach der zweiten runde save weg gut jetzt ja level birds da habt das stufe 1 2 3 oh god alle drei stufen ich glaube ich fange mal nicht mit dem nuke ich muss auf jeden fall die die tarantula oder level birds wir haben sonst echt hier gehabt M5 haben wir noch nicht Pinpoint ist eh scheiß item er hat er full armor ich nicht aber ich glaube das reißt es nicht raus wenn er den zu lange zum schießen wenn er den zu lange zum schießen brauchen würde brauchen würde zum schießen oh 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 hat er einen schweißer ja ich glaube das war ein schweißer deswegen hat er das so lange gebraucht wir können unter der grid sonst kriegt er direkt den nuke rein oder doch sowieso oder oder ne ja wenn wir ein leveln für arts müsst euch mal geben die level birds sind echt OP muss ich sagen mal pass auf 20 10 der einfach mal eiskalt 40 der macht doch oftmals 80 grid das haben wir ungefähr gleich viel AP er hat noch 10 ich hab noch 12 gut ich lieg vorne ich muss grad nicht wegfahren master gleich kommt ein jugeloch Also macht 20, 10, 40. Das ist gut. Zu wissen, wie viel Damage der macht. Ist das ein Grid beim letzten? Das ist schon mal 80. Das ist hart. Das ist echt hart. Oh, Master. Das war nicht gut. Aber ich werde es probieren. Obwohl, der wird mich kicken. Wenn ich jetzt den Juck raushaue. Scheiße drauf. Er hat gerade nicht getroffen. Deswegen werde ich auch nicht treffen. Komm, eins geht doch immer nach rechts, oder nicht? Ja, wollte ich schon sagen. Jetzt treff doch mal eins. Jawohl. Da muss man echt exakt treffen bei der Spide. Ich weiß es gar nicht. Das ist zum Beispiel Items, die man sich wünscht im normalen Deathmatch. Alles geil. MP5 reicht ja, ne? So hier. Oh, der war glaube ich 3 10er Gridz dabei und der Rest war ein 5er. Glaube ich. Ja, wenn wir jetzt den Juck reinhauen, wäre es ja langweilig. Wir wollen ja XP. Weil du kriegst ja jetzt die Hälfte. Warte mal. Ich habe immer noch 5 HP. Äh. Nix mit mal 2. Frogs. Ich muss da eigentlich treffen, ne? 70, hallo? 100 sind da eigentlich safe? Jawohl. 90. 80. Wir könnten es mit Nuke beenden. Weiß ich. Ich habe Kugikloss dann auch schon mal 80 gemacht. Gut. Wenn er mich jetzt nicht killt, dann. Gibt es noch was gutes zu rüber schmeißen? Ich sehe das Spiel jetzt gerade als voll chillig. Ich weiß. Als ob ich hier mehr die OP war. 5, ne? OP war. Hätte. Aber. Ist ja auch. Keine Challenge. Muss man sagen. Olympic Ringer und Super Spiker. Das bringt mir auf jeden Fall viel. Nicht. Zum Level brauchen wir auch nix mehr außer den Pinpoint, ne? Der bringt mir aber halt jetzt in dem Fall echt nix. Weil es A plus 5 Damage wären. B da nicht mal liegen bleibt jetzt. Oh. Sunbird. Ja. Da bin ich jetzt auch nix weiter ehrlich gesagt. Ich habe ein schönes RGG, wenn wir nicht so asozial sind. Voll chilliges. Fast Ende vom Stream. Was haben wir jetzt benutzt? Was haben wir noch nicht? Ach die MP5. Nicht daran tun. Jawohl. Mach da noch eins. Ach guck mal. Ich hab doch gesagt, der haut mich raus. Ich hab den Juke nicht mal benutzt. 354 noch. Come and don't leave. Ja ja. Level 40er Lobby. Ach du Scheiße. Er schreibt jetzt don't leave. Aber ich werd eh gekickt, weil ich zu hohes Level bin. Wenn Steven noch nicht raus ist. Ich will doch bloß mal eine 300 XP haben. 354. 17k sind eh schwer genug zu spielen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jeder gegen jeden 400 HP. Welche Distanz macht die 3D-Bombe? Weil ich von mir bist zu Kickback. Ich kann das nämlich nicht sagen grad. Naja. Mach mal da mal Schockschild am Anfang. Aber ist das jeder gegen jeden? Ich glaub Stevie macht einen ganz großen Fehler. Na BFG muss erstmal fliegen. Wenn du mich schränken willst, dazu kommst du gar nicht. Der Hover-Bull-Grid wär halt schon was geiles. Wenn er jetzt das Schwert hat. Dann aber echt GG. Ich will erstmal den Spotter. Fürs Upgrade. Ja. 50G. Ich will sich aber dem Fall kassieren. Was fehlt noch zum Upgrade? 3D-Bombe. Hier stehen halt wunderbar paar Leute nebeneinander. Ich frage ich jetzt nur auf wen gehen die. Ich hätte jetzt echt gesagt auf ihn. Aber wenn es weiter fliegt geht es auf Hillon 1989. Was ich für realistischer halte. Wenn ich voll durchziehe. Was ich für realistischer halte. Wenn ich voll durchziehe. Gehe ich mit spiel ich eigentlich welches Level? 85. Natürlich die zwei besten dürfen wir da gegeneinander spielen. Klar. Ja. Ich hab sogar noch den vorderen getroffen. Was dann über mich getroffen. Stevie 60. Fangen wir an uns um den zu kümmern. 140 Grips wäre schon ein guter Anfang. Äh 100 Grips. Das ist der normale Hoverbull. ach gott wir haben ihn tatsächlich weil wir sind doch gerade gesagt das wäre ein guter anfang Junker sind nochmal 50 so zahle ich erstmal ab von dem und dann wenn ich ein Tyred Mob nicht schlecht oder ein BFG und ich weiß nicht um den AC noch es ist nur diese Waffen sind alle zum benutzen doch alles ist schon wie viel Roder dabei 1,2,3,4 Ruppe also fast Roder-Track zu 2,1 sind immer ganz so Roder wurde verzündet ich meine 342 zu 394 ich weiß er hat noch mehr aber ich habe ja sein Armer runter gekaut das war schon recht wichtig und ich habe halt nur geilen Scheiß hier am Start Junker BFG, Junker mit 50 BFG mit 80 wenn er angekündigt er macht mir nur 20 40 hat er gemacht und ich mache 126 hier ist der Typ jetzt geht mit Damage Mann, du bist doch safe wenn ich jetzt Attractor durch die ganze Menge schieße ein Clickback würde auf jeden Fall nicht killen aber ich habe nicht gedacht ich kann niemanden killen die Attractor jetzt schonmal weg Mini-Tyred haben wir auch noch eins ach du scheiße Mann, da sind gerade zwei Leute so viel damit Dürfen wenigstens ein bissl was und haben keine verschwendete Runde auch wenn es nicht viel damit warnt Haut der jetzt ab oder was, ja voll mit Fighter-Jet das ist wirklich voll das geile Spiel weit genug schießen dann funktioniert das auch so hat er, also der Heavy-Jet ist er sogar es gibt Stevia auf Sokka ist er K.O.G. Sokka K.O.G. Ich bin auf jeden Fall der 300 XP-Spiel äh HP, äh doch, na doch XP-Spiel wenn ich jetzt alle sich gegenseitig kille und ich geh als Sieger da raus dann natürlich ist die Chance schon da Alter, irgendwie Peter noch der Heavy-Jet ist halt auch so fast ok AC-130 da reinfallen lassen das sind nur geile Scheiße hier am Start auf die hinteren beiden dann BFG schmeißen das werden halt mal 160 ohne Crit so, schau mal da mal es könnte auch ein lustiges Spiel werden ich kann es jetzt so sein, dass ihr alle dann auf mich gehen da noch einen über 300 eher noch über 300 alles eng beieinander von die HP hier einer mehr, einer weniger ah ja genau, genau da wollte ich dann hinhaben 60, da wollte ich es hinhaben mal 2 mit BFG jetzt ja das der halt verschwendet ist, ne ich kann es jetzt safe sagen, ob der trifft, wenn ich hier so durchziehe was will der denn schon treffen ja komm, ist das aber eigentlich, ne fliegt doch eins runter doch eins runter ich hab's mir noch gedacht da dachte ich mir so neig und unterschätzt mich da übersteht der ein glück dass er gerade 160 kassiert hat der ein glück der du kostbar können sogar beide treffen hier ganz auch große radios so viele leute noch drei gegner smarts mal zwei wird schon einen treffen motto des tages ich hoffe sogar auf den hinteren oder mal safe killen können ich ja beide weh muss ich auf den hinteren gehen weil auf den geht aber einer ach komm war zu weit ne ich komm ich war mal nicht sicher wo ich hinschießen muss weil er doch und wir kriegen sogar noch eine chance ich weiß ja die frage ist halt jetzt immer was schießt man jetzt da halt schnell genau aufeinander jetzt pass auf killshot äh skillshot des jahrtausends ich kann halt beide dann killen 70 stärke fast das wird noch lustig könnte aber auch hat zu kurz sein was ich gerade befürchte oh 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 war das geil einhitzen aber direkt 20 40 60 einer down der andere 1 hp oder 4 was kann denn ich... ach schenkk komm her erholst dir ab holst dir ab bitte gib mir jetzt den heiligen grid gib mir den heiligen grid ich glaub's aber nicht ne 80 war zu stark die nade out ist was du kann der typ den will jemanden killen lol dann muss das halt ich machen ich fahr euch halt mit was ich weiß nicht mit was das ist kein scheiß jetzt es gibt es nur einen schleißen leggeber bis auf Pinpoint und molehill aber molehill jetzt wäre ein schuss verschwendet ja kein gg aber ich könnte noch drauf gehen ich hätte noch drauf gehen können Nur kurz beschleunigen, weil Nessie mich rauskicken. War ein gutes Spiel, wenn du bloß noch 200 hast. 116 Schenk, das war gut. Schenk war gut, kann ja nix sagen. Oh, ich würd sagen, ein Spiel noch, oder? Ja, ich mein, bei 200 HP kriegst du halt eigentlich echt nur... im Rebound. 4,26 Single statt bei 4 Personen. Hä, sind wir da? Ich weiß nicht, wie man mit einem 4,59 Rebound joinen kann, ich weiß es nicht. Rebound, ist noch einer Online? Ne. Also Online schwarb unter dem Spiel. Rebound, jeder gegen jeden 4 Spieler, wenn wir das gewinnen und ein wenig abrasieren, dann haben wir's. Wie schaut's eigentlich aus mit Laserbeam? 68.000. Boah. Turntime 60, dass er AFK gehen kann, oder was? Aber wenn er mit Schwimmen will, da ist noch Platz frei. Zwei Plätze frei. Alter, komm, einfach einer joinen. Einfach einer. Ich mein, 2,02 haben keinen Wind, deswegen ist es wenig. Ich geh jetzt wieder raus, das ist Zeitverschwindung. Ja. Äh. 4,5,9 Geh auf jeden Fall nicht rein, das kannst du mir glauben. TDM, da war das irgendwo gerade. Einfach rein, dann soll's mich kicken, wenn's in den Pass. Ja. Oh, ELO fast auf 1500, ey. 100 Gears noch. Können wir am echten Livestream am Samstag schaffen? MSSL spielen, weiß ich noch nicht. Weapons, was wollte ich denn noch? Massive Shot ist eh viel zu lang, 25. Split haben wir auch bald als nächstes. Megatunnel habe ich schon mal gesehen. War auch irgendwie nicht so geil. Moles führen wahrscheinlich noch 2-3 Hits. Flaming Arrow, den haben wir auch ein paar Mal getroffen. Also ich zumindest offscreen. Squadron. Wir haben genau die Hälfte von dem Item. How will it take you to get to? Ähm. Exactly. 207 Hours. 17 Hours, sorry. 217 Hours. And I played a game for... 6 Month? Nee. No, 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 no. 5 Month, I think. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Scheiße, zu kurz. Drift aber... Naja, 80 ist nicht gut. Boy, Westen. Level 40, 225 Hours. Oh. Not that bad. Um, I played a single player missions. At the beginning. So I leveled up. I don't know. 20 Levels? I don't know. Very good at single player missions. To learn the game. And the weapons. But so. Let's shoot. 2K12. A really nice film. Peace, 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 peace. Yeah. That's what I looked for. Never did single player. Yeah, you should do it. 81 missions. You get a lot of XP. About. 5K. 5 to 10K. So. Let's shoot Artiller away. Oh. Portal. Portal. Oh. Fuck. 1 HP. 1 HP. That can't be true. And Rick. 16. Good. Rick. Zero. Fuck. Fuck. No. Boah. Ho ho. 4 HP is a game. I wanna kill him. So. Let's try it. Yeah. He should be dead. Yes. What. Ah. Man of gun it down. I wasn't dead. So still 70K. XP for level. 87. You can see it here. And global rank under 1.1K. And we need. 68. K. XP. For the laser beam. So let's leave the lobby. So let's play. 600 HP. Last game for today. 1.45 XP. 600 HP. 600 HP. Oh shit. Not that map. Not that weapon. Got a black hole. So let's shoot. I don't know. Oh. Water balloon. No no. Water balloon. Heavy back roller. Should hit someone. Yes. No. Oh. AD grid. That was nice. Oh I'm fucked. Between. Both. Oh shit. I don't know. Oh. UFO. 50 damage. Save. Please hit. Ah yes. Oh. He's disconnected. So let's shoot. A shock shell. To DJ Borsch. Yeah. Let's do it. Most insane battle. Yeah. My best battle. Was a rebound. With. 61 turns. Oh. 70 grit. Oh ho. With a shock shell. Easy game. And I got. 591. XP. XP. Uh. XP. Bonus. And a round bonus of. I don't know. 200. So about 1000. XP. In one match. Best match ever. And I won the match. So MVP bonus. I don't know. 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 Dark shadow. No. No. 45. Oh. Oh oh. Yeah. No no no. Oh. I wanna shoot a black hole. But I need a perfect angle. 8 people deathmatch is nice one on one is also pretty nice you can level really easy 8 players you can shoot more player oh wow wow 88 damage wasn't the best black hole i got one over 100 damage we can shoot snowstorm no no water balloon water balloon yeah let's try it i'm level 86 and i need 7 wait 70k no 17 not 17 17 thousand for the next level and 17 000 to comb water yeah 25 not good i can show you this after the round how many xp i need to laser beam oh let's shoot the hover ball no let's don't shoot no one no 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 oh hover ball grid 100 or not 50 damage mega quake um i wanna go offline i wanna go offline after lol 100 to it i told you and the seagull what the i hope it was a grid didn't look on the monitor but i think so um i guess that's my last game for today the stream is nearly three hours long and i shoot i don't know i shoot a back roller what the fuck 20 damage nice 10 armor we got shit weapons we have to survive turn nine and turn 10 so two rounds for new weapons and i guess we shoot a baby seeker yeah eight player 30 rounds but you have to go mid then it's pretty fun so it's pretty boring yes 20 damage not good but i hit so you wanna shank me or what omega quake come on 30 damage please give me the mega nuke i unlocked it already or the cosmic rift or puzzler three of the best weapons yo 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 airstrike and nah uh was it not no not now palm so let's see oh dagger spider nice so now you can yeah if we get a critical hit he's dead 160 damage please please catch him give me the grid that would be pretty sick if we now get a grid he's using the bounce oh no grid 180 damage for sure um no i'm not dead crazy oh crazy cluster that's a pretty sick weapon but i have to upgrade it a long time so i guess let's use this spider no crazy cluster let's try it he should be dead after this round my mate is shooting heavy fleet yeah he's dead and you see the digger this is you can do over 100 damage with the crazy cluster so we got a spider sticky trio hexagon let's use his items oh a winger i don't wanna do friendly fire so we shoot nothing he's using a winger i use my spider come on oh 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 crit please no he's dead i'm not dead i'm not dead i'm not dead 71 xp nice game oh 572 damage oh under 17k xp so what we got water to you and oh dagger oh this word is coming but i guess global rank 1080 i guess that's pretty good and so as you can see 78% of all weapons and laser beam 68 000 xp left and for level 100 70 70 17 thousand but let's see my next weapon will be the laser beam so so the mega nuke you can see here best weapon in the game suicide bomber already unlocked and not the suicide bomber the kamikaze unlocked suicide bomber 1000 out of 4 600 and deceiver only 500 xp left fireball 200 not 170 xp and yeah this was my live stream and now i don't know what i'm doing not playing shelljack live for today and yeah if you liked it you can follow it's free you don't have to subscribe and yeah we'll see you in the next shelljack live 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 7 9 9 9 9 10 10 10 10 10 Mehr bleibt mir nix mehr zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen für die, die uns dabei waren oder immer noch dabei sind. Und bis zum nächsten Stream, bis zum nächsten Video. Haut rein. No, I'm going to cancel the stream and I will see you in the next stream, I don't know on Twitch here, on my channel. And goodbye. Thank you.